Ich freue mich, dass wieder so viele Leute da sind. Ich habe heute wieder natürlich ein paar Slides vorbereitet. Da wir letztes Mal, also im Dezember, so viele Fragen hatten, dachte ich mir, ich bereite nur so grob ein paar Slides vor für die Basics. Und habt dann aber dafür mehr Zeit, auch eure Fragen zu beantworten. Das heißt, ich habe den Chat immer im Auge. Thema für heute ist grundsätzlich Kleinunternehmerregelung. Ich rede über die Kleinunternehmerregelung und rede vor allen Dingen auch über die Dinge, die jetzt zum Jahreswechsel wichtig sind. Weil ihr müsst jetzt zum Jahreswechsel dringend ein paar Dinge zumindest überprüfen, wenn nicht sogar auch erledigen. Das heißt, ich gehe natürlich als erstes einmal kurz darauf ein, was ist eigentlich die Kleinunternehmerregelung, welche Anforderungen gibt es, die Vor- und Nachteile und dann, ja, was sind so die Besonderheiten? Also was macht das dann mit dir und deiner Buchhaltung, deiner Selbstständigkeit, wenn du Kleinunternehmer bist? Ich rede ganz kurz einmal über die Pflichten zur Buchhaltung, für die Steuererklärung und so weiter. Und gehe natürlich auf den ganzen Punkt ein, was ist, wenn du wechselst? Also wenn du jetzt Kleinunternehmer warst und es nicht mehr sein möchtest oder nicht mehr sein darfst und andersrum. Also du kannst natürlich auch, wenn du bisher Umsatzsteuer ausweist und Umsatzsteuer, also Regelbesteuerer bist oder Besteuererin und jetzt wieder Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen möchtest, dann geht das auch. Und der Punkt, warum ist das so wichtig, warum machen wir so ein Webinar am 4. Januar? Ja, weil du das immer nur für ein ganzes Jahr ändern kannst. Und das ist tatsächlich auch ein relativ häufiger Fehler, den ich auch immer wieder so in Social-Media-Gruppen, Posts und so weiter sehe. Du kannst, darfst, es geht gar nicht, dass du unterjährig wechselst. Du bist entweder für ein gesamtes Kalenderjahr Kleinunternehmer oder für ein gesamtes Kalenderjahr kein Kleinunternehmer. Unterjähriges Hin- und Herwechseln gibt es nicht, auch wenn du Umsatzgrenzen überschreitest und so weiter. Gibt es nicht. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil ich das tatsächlich immer mal wieder lese und es ist halt einfach falsch, wenn ihr unterjährig anfangt, Umsatzsteuer auszuweisen und so weiter, dann kann ich euch sagen, dann ist das definitiv entweder die Rechnungen bis zu diesem Zeitpunkt falsch oder ab diesem Zeitpunkt falsch. Und deswegen reden wir jetzt auch Anfang Januar darüber, weil noch ist das Kind nicht im Brunnen gefallen. Wenn ihr das Ganze aber erst im Juni, Juli hören würdet, ist eventuell ein bisschen spät. Genau. Erstens, natürlich einmal hole ich ein bisschen aus. Was ist eigentlich die Kleinunternehmerregelung? Das sollten die meisten von euch wissen. Das ist, geregelt ist das in § 19 Umsatzsteuergesetz und besagt eigentlich, dass du mit der Umsatzsteuer nichts weiter zu tun hast. Also du hast die Möglichkeit, wenn du Kleinunternehmer bezieht, sich auf den Umsatz, das heißt, wenn du wenig Umsatz machst, musst du keine Umsatzsteuer ausweisen. Gleichzeitig hast du aber auch nicht die Möglichkeit, die Umsatzsteuer, die dir in Rechnung gestellt wird, dir vom Finanzamt wiederzuholen. Wenn ich Umsatzsteuer ausweise, also ganz normal, ich würde mal sagen, im Umsatzsteuer-Game teilnehme, dann habe ich ja auch Kosten. Also beispielsweise, wenn ich mir einen Laptop kaufe, dann habe ich diesen Laptop ja angeschafft. Für, sagen wir mal, 1.190 Euro. Das heißt, er kostet 1.000 Euro netto und 190 Euro ist dann die Umsatzsteuer. Und ich als jemand, der ganz normal mit der Umsatzsteuer teilnimmt, kann mir diese 190 Euro Umsatzsteuer, die ich quasi an Apple bezahlt habe, die kann ich mir tatsächlich vom Finanzamt wiederholen. Die überweist mir das Finanzamt einfach auf mein Konto. Das heißt, ich zahle immer den Nettopreis. Als Kleinunternehmer ist das anders. Als Kleinunternehmer muss ich immer den Bruttobetrag bezahlen. Und genau, das ist der große Unterschied oder der Nachteil. Das heißt, du musst auf der einen Seite keine Umsatzsteuer auf deine Rechnungen schreiben, sondern hast brutto gleich netto, was erstmal gut klingt. Hast aber auf der anderen Seite, auf der Kostenseite, den Nachteil, dass du die Umsatzsteuer dir auch vom Finanzamt nicht wiederholen darfst. Du hast halt einfach gar nichts mit allen Vor- und Nachteilen mit der Umsatzsteuer zu tun. Der Hintergedanke vom Gesetzgeber, warum gibt es das Ganze, ist, weil der Gesetzgeber Unternehmern, Unternehmerinnen mit wenig Jahresumsatz bürokratisch erleichtern möchte. Finanziell ist das gar keine große Erleichterung in den meisten Fällen. Dazu komme ich gleich noch, sondern es ist vor allem eine bürokratische Erleichterung, weil du mit diesem ganzen Thema, mit dem Umsatzsteuerrecht nicht weiter zu tun hast. Finanziell kann es tatsächlich sogar nachteilig sein. Als Beispiel, ich nehme mal Taxifahrer als Beispiel. Wenn ich jetzt Taxifahrer werden wollen würde, oder um ein bisschen moderner zu sein, ich entscheide mich, Uber-Fahrer zu werden und möchte jetzt Uber-Fahrer werden und kaufe mir jetzt ein Auto dafür, kaufe mir schön Tesla für 100.000 Euro netto plus 19% Umsatzsteuer, das heißt 19.000 Euro nochmal Umsatzsteuer. Ich denke, da kriege ich bestimmt mehr Aufträge bei Uber und die Kunden sind glücklicher und so weiter. Da werde ich jetzt die nächsten Jahre Uber-Fahrer werden. Wenn ich Kleinunternehmer bin, dann habe ich, also generell ist in meiner Buchhaltung, im ersten Jahr, wenn ich die 119.000 Euro ausgebe, habe ich wahrscheinlich einen großen Verlust. Weil so viel werde ich wahrscheinlich mit Uber-Fahrten nicht machen können. Das heißt, ich habe erstmal im ersten Jahr wahrscheinlich hohe Investitionen und hohen Verlust. Und das würde tatsächlich dazu führen, 19% von 100.000 bedeutet 19.000 Euro, die ich wiederbekomme. Das heißt, ich würde 19.000 Euro weniger für mein Auto bezahlen. Und das ist natürlich heftig. Und im ersten Jahr ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ende sogar Geld, unter dem Strich sogar Geld vom Finanzamt wiederbekomme, relativ groß, bei so großen Investitionen. Und das ist ja bei relativ vielen Selbstständigkeiten so, wenn man am Anfang erstmal so Anfangsinvestitionen hat, dann ist das günstiger, wenn ich die Umsatzsteuer wenigstens wiederbekomme. Wenn ich aber die Kleinunternehmerregelung wähle als Uber-Fahrer und für 119.000 Euro ein Auto kaufe, dann zahle ich halt einfach 19.000 Euro mehr. Das heißt, ich habe 19% mehr bezahlt, was natürlich finanziell unattraktiver ist. Deswegen Kleinunternehmerregelung, das ist auch wichtig als Grundsatz zu verstehen, ist eine Bürokratieerleichterung, keine finanzielle Erleichterung in den allermeisten Fällen. Genau, habe ich schon erzählt, Vorteile Kleinunternehmerregelung ist der Verwaltungsaufwand erheblich vereinfacht, weil du halt grundsätzlich immer einfach nur mit den Bruttobeträgen rechnest und auch keine Umsatzsteuervoranmeldungen machen musst. Das heißt, du musst keine laufenden Anmeldungen an das Finanzamt zu der Umsatzsteuer machen. Das müssen Leute, die Umsatzsteuer ausweisen, quartalsweise oder monatlich machen. Musst du gar nicht machen, hast damit einfach gar nichts zu tun. Reicht also auch, sich einmal im Jahr hinzusetzen und die Buchhaltung einmal im Jahr zu machen. Reicht vollkommen aus als Kleinunternehmer. Als Regelbesteuerer, das heißt, wenn du der Umsatzsteuer unterliegst, dann musst du das tatsächlich monatlich oder quartalsweise machen. Das heißt, du musst auch unterjährig die ganze Zeit was für deine Buchhaltung machen. Das ist nicht notwendig. Und es kann natürlich sein, dass die Kleinunternehmerregelung am Ende bei dir auch einen Preisvorteil bietet. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Preisvorteil hast du nur, wenn du einen Endkunden als Kunden hast. Du hast keinen Preisvorteil, wenn du einen B2B-Umsatzvorteil hast. Also wenn du für Unternehmen arbeitest, kann ich dir eigentlich pauschal sagen, wenn deine Kunden Unternehmer sind, hast du niemals einen Preisvorteil. Warum? Du weißt zwar 19% Umsatzsteuer aus und bekommst die ja dann auch mehr, aber der andere Unternehmer macht ja auch eine Umsatzsteuervoranmeldung und kann genau das gleiche machen, was ich dir gerade erzählt habe mit Tesla und dem Laptop. Er kann sich die Umsatzsteuer, die du deinen Kunden in Rechnung gestellt hast, ja auch vom Finanzamt wiederholen. Das heißt, wirklich einen finanziellen Vorteil hast du nur, wenn du Endkunden hast. Deswegen gehe ich mal davon aus, ich überlege mir jetzt, kein Beispiel parat, Yoga-Stunden zu geben. Das heißt, ich habe Privatkunden und biete meine, das ist ganz schön günstig, 25 Euro die Stunde pro Yoga-Stunde. Vielleicht ist es ein Kurs, da sitzen 10 Leute vor mir. Und das heißt, ich verkaufe eine Stunde für 25 Euro. Und jetzt kann ich natürlich günstiger anbieten als meine Konkurrenz, die Umsatzsteuer ausweisen muss, weil wichtig ist, wir reden hier immer über Nettopreise. Das heißt, beide verdienen unterm Strich 25 Euro an einer Stunde und bei mir zahlen die Kunden auch nur 25 Euro. Bei meiner Konkurrenz zahlen sie aber 25 Euro plus 19% Umsatzsteuer, sprich 29,75 Euro. Das heißt, 4,75 Euro ist die Leistung von dem Konkurrenten teurer und wir haben am Ende aber exakt gleich viel in der Tasche und zwar 25 Euro, weil der andere muss diese 19% Umsatzsteuer halt monatlich oder quartalsweise an das Finanzamt überweisen. Das heißt, ich bin, um genau zu sein, 16% günstiger. Warum nicht 19? Weil die Berechnungsgrundlage immer der Nettopreis ist und dann kommen die 19% drauf. Das heißt, wenn ich vom Bruttopreis ausgehe, sind es nicht mehr 19%, sondern halt, habe ich hier einmal ausgerechnet am dritten Punkt, 25 geteilt durch 29,75. Das ist dann quasi mein Preis. Das heißt, ich koste nur 84,03% so viel wie meine Konkurrenz. Zahlen sind ehrlicherweise in dem Kontext nicht so wahnsinnig wichtig. Ihr könnt euch merken, wenn ihr Endkunden habt, habt ihr einen Preisvorteil mit der Kleinannehmerregelung. Nachteile gibt es aber auch einige. Und das Erste ist jetzt nicht so rein steuerlich finanziell, sondern es ist so die Perspektive. Wenn du gerade gründest oder dich selbst selbstständig machst, ist ehrlicherweise die Kleinannehmerregelung fast eher nervig. Erstens, die Grenze ist nicht so wahnsinnig hoch. Ich habe die im Chat irgendwo schon gesehen. Zu den Grenzen und wie sich die Berechnungen, was man dazu wissen sollte, komme ich gleich. 22.000 Euro dauerhaft Umsatz ist nicht besonders viel. Damit kann man Vollzeit in Deutschland nur ganz schwer leben. Wenn man irgendwo auf dem Land wohnt und billig wohnt, vielleicht. Ich wohne in Berlin. In Berlin ist es unmöglich, mit 22.000 Umsatz im Jahr zu leben. Weil, das ist ja nur Umsatz, das ist nicht der Gewinn. Das heißt, ihr habt ja wahrscheinlich auch einige Kosten und dann müsst ihr ja immer noch Steuern bezahlen und Versicherungen bezahlen und so weiter. Das heißt Steuern, also Einkommenssteuer unter Umständen. Das heißt, davon tatsächlich zu leben, von 22.000 Euro Umsatz im Jahr ist dauerhaft schwierig. Das ist vielleicht einfach in den ersten Gründungsjahren. Gar kein Problem. Aber wenn du weißt, dass du eh wachsen wirst, stellt sich halt die Frage, mache ich es nicht ab Tag 1 vielleicht vernünftiger? Einfach, weil ich danach ja dann das sowieso anpassen muss. Das heißt, ich muss mich mit dem Thema Umsatzsteuer sowieso beschäftigen. Und im Zweifel ist es, wenn ich zumindest Endkunden habe, muss ich auch so eine 19% Preiserhöhung irgendwann erklären, wenn ich plötzlich umsetzsteuerpflichtig werde und verliere dabei vielleicht Kunden. Und dann ist es unter Umständen halt einfacher, von vornherein zu sagen, ey, ich mache es von vornherein mit Umsatzsteuer. Und das ist so die Perspektive, die man immer im Kopf behalten muss. Weil ganz wichtiger Punkt, auch das höre ich immer wieder, es gibt über Kleinunternehmerregelungen wahnsinnig viele Mythen. Man muss das nicht machen. Das ist freiwillig. Ihr könnt von vornherein einfach darauf verzichten und selbst wenn ihr nur 3.000 Euro Umsatz im Jahr macht, könnt ihr trotzdem Umsatzsteuer ausweisen und euch dafür im Gegensatz die Vorsteuer wiederholen. Absolut in Ordnung, absolut möglich. In den allermeisten Fällen tatsächlich auch empfehlenswert. Grundsätzlich gibt es noch Nachteil. Kleinunternehmerregelungen hat ein Image. Nachteil, wenn du beispielsweise als Kleinunternehmer Beratung machst, Beratung für Unternehmen, denen erzählst, wie sie besonders erfolgreich sind, im Marketing, in der Personal, Recruiting, wie auch immer. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn mir jemand sagt, wie ich irgendwas besonders gut und erfolgreich mache. Und dann sehe ich halt auf der Rechnung, es ist ein Kleinunternehmer. Damit weiß ich ja, dass dieser Dienstleister nicht mehr als 22.000 Euro letztes Jahr Umsatz gemacht hat. Das ist, ja, weiß ich nicht. Das ist jetzt nicht bewusst und das ist jetzt auch nicht wissenschaftlich überprüft, aber es hat irgendwie so ein bisschen so ein, ach ja, das ist, für viele Unternehmen fühlt sich das an wie, okay, das ist so ein erweitertes Hobby vielleicht von vielen Leuten. Das heißt, wenn ihr gerade im B2B-Bereich einen guten Eindruck machen wollt, das interessiert niemanden, wenn ihr einen Online-Shop habt, das interessiert das keinen. Es interessiert auch keinen, wenn ihr ein Restaurant habt, es interessiert auch keinen, wenn ihr Yogastunden macht, weil da stellt sich im Zweifel keine Rechnung aus. Aber wenn du Geschäftskunden hast, wo es auch ein bisschen um den Eindruck geht, dann würde ich dir aus Imagegründen schon davon abraten. Genau. Und dann gibt es natürlich auch noch den Kosten- und Liquiditätsnachteil unter Umständen, das habe ich vorhin erklärt mit dem Tesla, wenn ihr vorher am Anfang ganz viele Investitionen habt, dann kann das tatsächlich finanziell für euch unattraktiver sein, wenn ihr die Umsatzsteuer halt auch zahlen müsst und nicht vom Finanzamt wiederbekommen. Gerade wenn ihr hohe Anfangsinvestitionen habt. Deswegen habe ich das Beispiel Uber-Fahrer, Taxifahrer genommen, weil die brauchen klassischerweise ganz am Anfang erstmal ein Auto, was ein riesengroßes Investment ist. Und da gibt es erstmal, also wenn das Finanzamt einem 19.000 Euro überweist, statt Geld haben zu wollen, dann ist das natürlich erstmal ganz interessant. Und da haben Kleinunternehmer definitiv Nachteil, würde ich immer dazu empfehlen, verzichtet lieber auf diese Kleinunternehmer-Regelung. Jetzt noch einmal kurz zusammenfassen und dann gehe ich tatsächlich auf die genauen Umsätze ein, wie es das beim Jahreswechsel fällt und so weiter. Vor- und Nachteil. Also für wen ist überhaupt eine Kleinunternehmer-Regelung sinnvoll und für wen nicht? Ich würde sagen, grundsätzlich kann man fast pauschal sagen, für Vollerwerbsgründer oder Selbstständige, das heißt, wenn du es wirklich hauptberuflich machst, würde ich fast immer davon abraten. Einfach, weil 22.000 Euro als Umsatz langfristig, dauerhaft nicht ausreicht. Also es reicht nicht aus. Da kann man nicht langfristig von leben. Das kann man vielleicht ein, zwei, drei, vier Jahre machen, aber dann hat man immer das Problem, dass man dann umstellen muss und dann hat man, unter Umständen verliert man dann Kunden, weil man die Preise anpassen muss und so weiter. Deswegen kann ich grundsätzlich für Vollzeit-Selbstständige grundsätzlich davon abraten. Wie verhält sich das Ganze bei nebenberuflichen Selbstständigen? Bei nebenberuflichen Selbstständigen würde ich immer unterscheiden, ist es ein B2B-Geschäftsmodell oder ein B2C? Also B2B sind, hast du Geschäftskunden, B2B-Business-to-Business. Hast du Geschäftskunden? Auch da würde ich, wenn du nebenberuflich selbstständig bist, dir eigentlich immer sagen, lass es. Also nebenberuflich selbstständig im B2B-Bereich, wenn du Geschäftskunden hast, lass es. Du hast keinen Preisvorteil, weil dein Kunde könnte die Umsatzsteuer, die du in Rechnung stellst, ja vom Finanzamt jeweils wiederholen. Das heißt, das ist für ein vollkommen unnötiger, also ist dem vollkommen egal, ob du Umsatzsteuer ausweist oder nicht. Die rechnen sowieso nur mit deinem Netto-Preis. Du hast aber so dieses Amateur-Image, würde ich mal sagen. Deswegen würde ich das nicht lassen. Wo es Sinn gibt, ist, wenn ihr nebenberuflich selbstständig seid und Privatkunden habt. Dann lohnt sich das, weil da habt ihr tatsächlich einfach einen Preisvorteil. Aber auch hier die Einschränkung, vor allem dann, wenn ihr keine große Anfangsinvestition oder keine großen Investitionen generell habt, dann lohnt sich das in der Regel nicht. In der Vergangenheit, also es hat sich gerade jetzt zum 1. Januar 2023 geändert, waren auch Photovoltaikanlagen so ein Beispiel. Eine Photovoltaikanlage ist ein riesengroßes Investment, einmal ganz am Anfang und dann über die Jahre hinweg kriegst du ein bisschen Einspeisevergütung und so weiter. Das war eine Kleinunternehmerregelung ganz häufig finanziell unattraktiver, weil du ganz am Anfang halt einfach 19% so einen Steuerdiscount bekommen hast. Mediamarkt und so wirkt immer wieder damit, wir schenken die Mehrwertsteuer. Gelogen, sie weisen sie trotzdem aus, aber in dem Fall ist es tatsächlich so, wenn du Unternehmer bist, dann zahlst du die Umsatzsteuer tatsächlich nicht. Aber genau, da ist es immer nachteilig gewesen, Kleinunternehmerregelung zu wählen. Wenn ihr keine Investitionen habt, go for it. Genau, Besonderheiten habe ich erzählt, ihr müsst keine Umsatzsteuer-Voranmeldung abgeben, jährliche Umsatzsteuererklärung genügt. Und das ist auch ganz wichtig, die ist wichtig. Ihr macht zwar keine Umsatzsteuer-Voranmeldung, aber alle von euch, die Kleinunternehmer sind, ihr müsst trotzdem eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Das ist ganz wichtig. Machen viele nicht. Und das kann mittel- bis langfristig durchaus zu Problemen führen. Das Finanzamt weiß ja gar nicht, wie viel Umsatz ihr im Vorjahr gemacht habt, wenn ihr das dem Finanzamt nicht mitteilt. Und ihr verteilt es in der Regel mit, mit der Umsatzsteuererklärung. Nur weil ihr eine Erklärung abgeben müsst, heißt das aber nicht, dass ihr Umsatzsteuer zahlen müsst. Das ist nicht notwendig. Ist auch, ja, also ist relativ selbsterklärend eigentlich. Ihr macht halt einmal eine Umsatzsteuererklärung, tragt eure Umsätze ein und dann gibt es ein Feld bei Ads Online oder so. Klickt ihr, ich war Kleinunternehmer, und that's it. Ihr müsst nicht bezahlen. Die Pflicht, eine Erklärung abzugeben und die Pflicht, auch die Steuer zu bezahlen, sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ihr solltet das aber unbedingt einmal machen, weil sonst meldet ihr dem Finanzamt ja nie eure Umsätze und dann kann das Finanzamt euch auch nie richtig einstufen. So, ein Punkt noch. Die Umsatzsteuerfondsmeldung, also die Kleinunternehmerregelung ist nicht abhängig von der Rechtsfonds. Das heißt, ihr könnt es als Einzelunternehmer machen, aber auch wenn ihr die GmbH gründet und so weiter, könnt ihr Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Das ist nämlich nur eine umsatzsteuerrechtliche Regelung und hat keine Einschränkungen da. Und wenn ihr Kleinunternehmer seid, ihr müsst auch trotzdem immer eine Einkommenssteuererklärung machen, immer die Umsatzsteuererklärung machen und wenn ihr gewerbetreibend seid, müsst ihr auch eine Gewerbesteuererklärung machen. Gewerbesteuer könnt ihr weglassen, wenn ihr als Freiberufler oder Freiberuflerin eingestuft seid. Und jetzt kommen wir zu diesen magischen Grenzen. Jetzt kommen wir zu den Punkten, die tricky sind und wo wahrscheinlich auch viele Fragen sind. Also ich werde auch gleich alle Fragen mal durchgehen und versuchen, so viele wie möglich zu beantworten. Wir gehen aber erst mal davon aus, habe ich jetzt einmal weggelassen, weil sonst hätte ich zweimal erzählen müssen. Und zwar, wann geht das Ganze eigentlich? Und zwar steht im Gesetz, wenn du im Vorjahr unter 22.000 Euro Umsatz gemacht hast, also egal wann, du guckst dir den Vorjahresumsatz an, wenn du da unter 22.000 Euro warst, dann ist das grundsätzlich möglich, aber es gibt noch eine zweite Bedingung, also Vorjahr unter 22.000 und laufendes Jahr, und das war hier auch schon mal die Frage, kannst du einmal dies mit der 50.000 erzählen? Das heißt, es gibt zwei Regeln, einmal Vorjahr unter 22.000 Umsatz und laufendes Jahr 50.000, aber es steht nicht 50.000 drin, das verwechseln sehr viele, im laufenden Jahr voraussichtlich unter 50.000 Euro. Was bedeutet das? Das bedeutet, rein in der Praxis kannst du diese 50.000 eigentlich fast vergessen. Du musst am Anfang des Jahres davon ausgehen, dass du im laufenden Jahr unter 50.000 Euro bleibst. Das heißt, wenn ich jetzt, das haben wir den vierten Januar, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich in diesem Jahr 40.000 Euro Umsatz mache, im letzten Jahr war ich auch unter 22.000, dann bin ich in diesem Jahr Kleinunternehmer. Wenn ich in diesem Jahr tatsächlich 100.000 Euro Umsatz mache, also deutlich über den 50.000 Euro liege, dann juckt das überhaupt niemanden, auch das Finanzamt nicht, weil es geht um den voraussichtlichen Umsatz dieses Jahr. Das heißt, es geht immer darum, was habe ich am Anfang des Jahres gedacht, wie viel Umsatz ich in diesem Jahr mache und nicht, wie viel Umsatz habe ich tatsächlich gemacht. Das bedeutet, in der Praxis spielen diese 50.000 eigentlich nie eine Rolle, weil was passiert ganz konkret dann? Wenn ich im letzten Jahr 10.000 Umsatz gemacht hätte, also deutlich unter 22.000, in diesem Jahr 100.000 und im nächsten Jahr mache ich meine Steuererklärung, dann fragt das Finanzamt vielleicht nach, ey, hier, Melcher, was soll das? Du warst ja über 50.000, erklär das bitte. Dann schreibe ich denen eine ganz simple E-Mail oder einen Brief oder einen Fax, wenn ich doch ein Faxgerät finde und kann denen einfach sagen, ja, stimmt, ich habe 100.000 gemacht, aber ich bin davon ausgegangen, dass ich weniger als 50.000 Euro gemacht habe. Das heißt, das kann ich ganz simpel ausrechnen. Wenn ich sage, ey, ja, ich habe im vorletzten Jahr nur 10.000 gemacht, ich hätte nie gedacht, dass ich im Jahr danach zehnmal so viel Umsatz gemacht habe, lief einfach gut, lief aber viel besser als erwartet, dann bin ich das gesamte Jahr, also dieses gesamte Jahr, noch Kleinunternehmer, auch wenn ich 100.000 Euro Umsatz gemacht habe, weil ich voraussichtlich unter 50.000 gemacht habe. Das heißt, ich muss dem Finanzamt anschließend nur erklären, dass ich ja am ersten Jahr nur gedacht hätte, dass ich unter 50.000 Euro bleibe. Und dann bin ich auch dieses gesamte Jahr noch Kleinunternehmer. Und das ist wichtig, das bedeutet eigentlich in der Praxis, die 50.000, die kannst du dir fast klemmen, das interessiert eigentlich niemanden wirklich, einfach weil du immer anschließend noch argumentieren kannst, dass du ja eigentlich davon ausgegangen bist, weniger als 50.000 Euro gemacht zu haben. Wenn du jetzt allerdings eine Gründungsförderung beantragst oder irgendwie einen Kredit holst und da einen Businessplan einreichst und in diesem Businessplan steht ganz eindeutig drin, ey, ich mache so viel mehr Umsatz, dann kannst du natürlich anschließend auch nicht begründen, dass du fürs Finanzamt aber davon ausgegangen bist, weniger zu machen. Aber jeder normale Selbstständige, gerade so Kleinunternehmer, der hat jetzt keinen so krassen, umfangreichen Businessplan, der so super skaliert. Wenn du sowieso davon ausgehst, deutlich über 50.000 Euro in einem Jahr zu sein, dann würde ich dir empfehlen, dass du von vornherein auf die Kleinunternehmerregelung verzichtet. In der Praxis, und keine Ahnung, ich arbeite seit, ich habe angefangen in der Steuerberatung zu arbeiten 2010, also sind schon ein paar Jahre, ich bin in deinem 13. Jahr, oh Gott, Unglückstahl, in 13 Jahren musste ich das ein einziges Mal dem Finanzamt gegenüber für den Mandanten erklären, dass wir am Jahresanfang ja davon ausgegangen sind, dass wir unter 50.000 Euro landen. Und das ist aber eine E-Mail gewesen und dann war das Ding erledigt. Die 50.000 Euro, die könnt ihr wirklich eigentlich vergessen. Es geht um die 22.000 Euro im Vorjahr. Weil was passiert, wenn ich jetzt, also ich bleibe bei meinem Beispiel, ich habe im letzten Jahr 10.000 gemacht. In diesem Jahr voraussichtlich unter 50.000, aber tatsächlich 100.000. Was passiert? Ich bin letztes Jahr klein und nimmer, dieses Jahr klein und nimmer und dieses Jahr auch komplett klein und nimmer. Kein Wechsel. Und im nächsten Jahr, also am 1. Januar, nächsten Jahres, muss ich mir ja wieder die Frage stellen, wie viel Umsatz habe ich im Vorjahr gemacht und wie viel Umsatz mache ich wohl voraussichtlich in diesem Jahr. Und wenn ich am 1. Januar, nächstes Jahr, in meine Buchhaltung gucke und dann sehe, oh, ich habe im Vorjahr 100.000 gemacht, dann war ich ja Vorjahr unter 22.000 nicht mehr erfüllt. Das heißt, ich bin ab dem 1. Januar und nächsten Jahres dann kein Kleinernehmer mehr. Und das ist auch der wichtige Punkt, warum wir das heute machen. Das heißt, wenn ihr heute, bitte ich euch inständig darum, dass ihr heute einen Blick in eure Buchhaltung werft, guckt, wie viel Umsatz habt ihr im letzten Jahr gemacht. Und wenn ihr im letzten Jahr über 22.000 Euro Jahresumsatz wart, dann seid ihr seit drei Tagen, also seit dem 1. Januar, kein Kleinunternehmer mehr. Und das bedeutet etwas. Und zwar bedeutet es, erstens, dass ihr auf eure Rechnungen Umsatzsteuer schreibt, also 19 oder 7%, je nachdem, was auf euch zutrifft. Wichtig auch, und die Frage steht hier bestimmt irgendwo, ihr müsst bitte eine Info an das Finanzamt schicken. Und zwar, das reicht, manchmal reicht ein Anruf. Ehrlicherweise arbeitet das Finanzamt gefühlt nur von halb 11 bis halb 12, vormittags, montags, mittwochs und donnerstags. Keine Ahnung. Da jemand telefonisch zu erreichen, ist manchmal gar nicht so einfach. Aber oder eine E-Mail. Oder Brief oder was auch immer. Wichtig ist, dass ihr dem Finanzamt mitteilt und schreibt, hey, liebes Finanzamt, das müsst ihr so nicht schreiben, ihr könnt dann sagen, sehr geehrter Herr oder Frau, irgendwas. Aber hiermit möchte ich mit mitteilen, dass ich im Vorjahr über der Kleinunternehmergrenze war, über 22.000 Umsatz gemacht habe und deswegen in diesem Jahr nicht mehr Kleinunternehmer gemäß § 19 Umsatzsteuergesetz bin. Also Umsatzsteuer müsst ihr ja nicht, da müsst ihr Gesetz nicht reinschreiben, aber dass ihr kein Kleinunternehmer seid. Warum müsst ihr das machen? Das Finanzamt weiß heute noch nicht, wie viel Umsatz ihr letztes Jahr gemacht habt. Woher auch? Das Finanzamt erfährt es ja erst mit der Steuererklärung, die ihr irgendwann mal macht, aber wahrscheinlich noch nicht dieses Jahr gemacht habt. Das Finanzamt muss das aber wissen, weil damit ihr Umsatzsteuer an das Finanzamt melden könnt, muss das, nennt sich Umsatzsteuersignal, also dass ihr überhaupt die Möglichkeit habt, unter eurer Steuernummer eine Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben, das muss beim Finanzamt erst freigeschalten werden und deswegen müsst ihr einmal das Finanzamt informieren, dass ihr Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben könnt. Und das würde ich euch dringend empfehlen, dass ihr es auch jetzt macht. Ihr müsst aber, das habe ich gar nicht reingeschrieben, ihr müsst Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Das habe ich drauf geschrieben. Das heißt, ihr müsst dann, wenn ihr kein Kleinunternehmer mehr seid dieses Jahr, eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Und zwar quartalsweise. Das heißt, ihr macht fürs erste Quartal, dann habt ihr zehn Tage immer Zeit, also bis zum 10. April müsst ihr die Umsatzsteuervoranmeldung fürs erste Quartal machen. Das heißt, wenn ihr wirklich gut sein wollt, dann checkt ihr heute noch den Umsatz vom letzten Jahr. Wenn ihr über 22.000 Euro lagt, dann schreibt ihr dem Finanzamt kurz eine E-Mail, sagt ihm, ey Kollegen, ich bin über 22.000 Euro letztes Jahr gewesen, ich bin kein Kleinunternehmer mehr, ich würde gerne Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Könnt ihr bitte das Umsatzsteuersignal freischalten oder ich brauche eine Steuernummer für die Umsatzsteuer und solche Sachen. Und dann habt ihr ja immer noch bis zum 10. April Zeit, bis ihr das machen müsst. Ihr könnt das Ganze, Umsatzsteuervoranmeldung, über einige Buchhaltungsprogramme machen. LexOffice zum Beispiel, kannst du es direkt in LexOffice machen. Könnt es aber auch kostenlos über Edstore Online machen. Dazu gibt es ein Schritt-für-Schritt-Tutorial auf diesem YouTube-Kanal. Das heißt, generell lohnt es sich, natürlich diesen YouTube-Kanal zu abonnieren. Wir haben, ich glaube, 300, ich glaube, es sind inzwischen über 300 Tutorials. Und zur Umsatzsteuervoranmeldung haben wir so Klick für Klick. Bin ich bei Edstore Online mich eingeloggt und habe ich einmal gezeigt, wo man was eintragen muss und so weiter. Das müsst ihr dann halt bis zum 10. April machen. Das ist im Wesentlichen das, was passiert. Wichtiger Hinweis auch, und dann werfe ich gleich mal, weil da kommt einige, Fragen gerade rein. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, ihr könnt auch freiwillig darauf verzichten. Wenn ihr zum Beispiel letztes Jahr Kleinunternehmer wart, ihr seid aber unter 22.000 Euro gewesen, keine Ahnung, 15.000 Euro, ihr sagt aber, nee, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, es nervt mich sowieso schon, ich würde mich gerne wie ein, nicht Kleinunternehmer, sondern ein Großunternehmer fühlen, dann könnt ihr auch freiwillig darauf verzichten. Und zwar auch dann, jetzt. Also jetzt Anfang Januar sagt ihr, okay, jetzt geht es los und jetzt weise ich Umsatzsteuer aus. Das könnt ihr auch freiwillig machen. Auch dann läuft eigentlich genau das Gleiche. Das bedeutet, ihr weist Umsatzsteuer auf euren Rechnungen aus, ihr informiert das Finanzamt, dass ihr freiwillig nicht mehr die Kleinunternehmerregelung wählt ab dem 1. 1. 2023 und gebt auch Umsatzsteuervoranmeldung quartalsweise ab. That's it. Das könnt ihr machen. Wichtig ist, wenn ihr freiwillig darauf verzichtet, habt ihr euch über 5 Jahre gebunden. Das heißt, man kann grundsätzlich auch von normalen Regelbesteuerungen wieder zurück in die Kleinunternehmerregelung wechseln. Wenn du aber einmal freiwillig darauf verzichtest, dann musst du wenigstens 5 Jahre bleiben. Weil das Finanzamt will nicht, dass du jedes Jahr einfach hin und her wechselst, wie du gerade lustig bist, die ganze Zeit unter 22.000 Euro Umsatz bist, aber das Finanzamt jedes Jahr nervst, weil du hin und her wechselst. Das geht nicht, sondern du bindest dich, wenn du freiwillig darauf verzichtest, 5 Jahre. Wenn du nicht freiwillig bist, dann kannst du jedes Jahr, also jedes Jahr im Januar, 1. Januar, kannst du prüfen, wie viel Umsatz im Vorjahr unter 22.000, wie viel Jahr voraussichtlich in diesem Jahr unter 50.000 und wenn du zum Beispiel letztes Jahr 30.000 warst, dann bist du dieses Jahr kein Kleinunternehmer mehr. Wenn du dieses Jahr nur noch 15.000 machst, dann könntest du nächstes Jahr wieder Kleinunternehmer sein, weil dann warst du ja unter der Grenze. Das geht also auch in die andere Richtung. Wenn du freiwillig darauf verzichtest, dann geht das erst dann wieder in 5 Jahren. Wenn ich im Jahr 2022 ca. 33.000 Euro Umsatz hätte, fliege ich aus der Kleinunternehmerregelung raus. Ja, wenn du 33.000 Euro Umsatz im letzten Jahr hattest, bist du jetzt kein Kleinunternehmer mehr und zwar seit 1. Januar. Das heißt, du musst jetzt alle Rechnungen mit Umsatzsteuer ausweisen. Ach, vielleicht noch ein Punkt und dann gehe ich mal ein bisschen strukturierter auch durch eure Fragen und Kommentare durch. Was passiert, wenn ihr es nicht macht? Also was passiert, wenn ihr jetzt nicht in diesem Webinar seid? Was passiert, wenn ihr das einfach ignoriert oder sagt, lasst den mal quatschen? Mache ich nicht. Dann passiert Folgendes. Ihr gebt irgendwann eine Steuererklärung ab, weil ihr seid selbstständig, deswegen müsst ihr eine Steuererklärung abgeben. Selbst wenn ihr die Umsatzsteuererklärung nicht abgibt, dann in der Einkommenssteuererklärung und so weiter, es gibt so eine Anlage EUR, die ihr ausfüllen müsst, da steht euer Umsatz drin. Das heißt, gehen wir mal davon aus, ich mache im September dieses Jahr meine Steuererklärung. Das heißt, ich logge mich hier bei Wieso Steuerein oder bei Smartsteuer und so weiter, mache meine Steuererklärung fertig und da steht drin, ich nehme mal dein Larenia Bus, dein Beispiel, 33.000 Euro, steht dann in meiner Steuererklärung und habe das alles ignoriert bisher. Dann mache ich im September meine Steuererklärung und dann kriege ich im Oktober meinen Steuerbescheid. Und in diesem Steuerbescheid teilt mir das Finanzamt dann mit, wir haben gesehen, du warst im Vorjahr über 22.000 Euro. Das bedeutet ja, dass du seit dem 01.01.2023 kein Kleinunternehmer mehr bist. Deswegen fordern wir jetzt die Umsatzsteuer, die du ja für dieses Jahr hättest einsammeln müssen und abführen müssen. Und dann möchte das Finanzamt für die Monate Januar bis Oktober die Umsatzsteuer nachhaben. Und jetzt hast du aber ja die ganze Zeit keine Umsatzsteuer ausgewiesen. Du hast halt einfach Brutto, Netto, Kleinunternehmerrechnung geschrieben. Und dann wird es richtig blöd, weil es ist dem Finanzamt vollkommen egal. Wenn du bis dahin 15.000 Euro Umsatz gemacht hast, nee, ich nehme ein einfaches Beispiel, wenn du bis zu dem Zeitpunkt 11.900 Euro Umsatz gemacht hast, dann nimmt sich das Finanzamt halt nicht die ausgewiesene Umsatzsteuer, sondern nimmt sich diese 19%, die dem Finanzamt zusteht, von deinem Geld. Das heißt, du musst aus deinem Umsatz denn diese 19% zahlen. Das heißt, es ist eine richtig fette Steuernachzahlung im Oktober und deine Marge und deine ganze Kalkulation ist hinfällig. Du hast dann eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder nimmst du den Schaden quasi an und sagst, ja, blöd gelaufen, jetzt habe ich einfach dieses Jahr 19% weniger verdient. oder aber du schreibst alle deine Kunden an, die du Rechnung geschrieben hast und sagst, ey, sorry Leute, ich war zu blöd, Rechnungen zu schreiben, ich habe das nicht im Blick gehabt und so weiter. Ich würde jetzt gerne eine aktualisierte Rechnung schicken mit Umsatzsteuer obendrauf gerechnet und ihr müsstet mir bitte noch den Umsatzsteuerbetrag zahlen. Geht auch. Funktioniert auch, wenn man eine sehr, sehr enge, gute Bindung zu den Kunden hat. Dann geht das auch, dann kann man das auch nochmal nachfordern. Wenn ihr das nicht macht, dann gibt es wahrscheinlich wenig, was noch unseriöser wäre. Für Unternehmen ist das vollkommen egal, weil Unternehmen, die zahlen ja die Umsatzsteuer, die können sich die aus, denn in der neuen aktualisierten Rechnung ausgewiesene Umsatzsteuer ja direkt auch wiederholen vom Finanzamt. Unternehmen ist das vollkommen egal, wenn du Unternehmenskunden hast. Endkunden, wenn ich meine Yoga-Klasse hier in Prenzlauer Berg betreue, da kann ich den Leuten von vor einem halben Jahr nicht ankommen und sagen, ich brauche nochmal 19% mehr. Die werden mir den Vogel zeigen. Das heißt, das ist das Problem, was passieren wird. Wenn ihr das nicht proaktiv macht, dann wird das Finanzamt mit dem nächsten Steuerbescheid das machen und dann wird das Finanzamt aber für die Monate das nachfordern. Und dann ist es auch vollkommen egal, ob du Umsatzsteuer ausgewiesen hast oder nicht. Das musst du trotzdem bezahlen. Das ist das große Problem. Das ist auch der Grund, warum ich das jetzt Anfang Januar unbedingt einmal der Welt erzählen wollte. und für euch schon mal herzlichen Glückwunsch, dass ihr da seid, weil dadurch begeht ihr den größten Fehler, den man da begehen kann als Kleinunternehmer schon mal nicht. Ich setze jetzt den Punkt und fange bei Frage M an. Bei B2B kann mein Kunde doch nicht die Vorsteuer ziehen? Ich weiß ja keine aus. Oder was habe ich falsch verstanden? Ja, hast du recht, wenn du als Kleinunternehmer eine Rechnung und eine Kleinunternehmer eine Rechnung schreibst, kann er keine Vorsteuer ziehen. Das stimmt hundertprozentig. Was aber, also ich meine, kann die Vorsteuer ziehen, wenn du kein Kleinunternehmer wärst. Also wenn du ganz normal Umsatzsteuer ausweisen würdest, dann kann er die ziehen. Das heißt, dein Kunde, wenn du einen Unternehmenskunde hast, zahlt sowieso immer diesen Nettobetrag. Dem ist das einfach vollkommen egal, ob du die Umsatzsteuer ausweist. Das heißt, dem ist das eigentlich egal, ob du Kleinunternehmer bist. Und dann stellt sich natürlich die Frage, Kleinunternehmerregelung hätte einen Preisvorteil, hat es bei Unternehmenskunden aber nicht. Das heißt, wenn ich diesen Vorteil, dass ich einen Preisvorteil habe, nicht habe, bleibt eigentlich nur noch der Nachteil, dass ich die mir in Rechnung gestellte Umsatzsteuer nicht gelten machen kann. Das heißt, ich habe einen Vorteil, einen Nachteil bei der Kleinunternehmerregelung rein finanziell und bei Unternehmenskunden fällt der Vorteil einfach weg. Das heißt, es bleibt nur noch der Nachteil, dass ich halt die Umsatzsteuer, die mir in Rechnung gestellt wird, nicht gelten machen kann. Und das führt dann halt dazu, dass ich sage, okay, wenn du Unternehmenskunden hast, dann lass es, weil dann hast du nur noch den Nachteil. Natürlich, du hast immer noch die Bürokratieerleichterung. Das ist so der Gedanke dahinter. Die nächste Frage, wie ist das, wenn ich für einzelne Aufträge keine Umsatzsteuer zahlen muss, da Bildungssektor? Genau, das kann durchaus sein. Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst mit wie. Als Kleinunternehmer ist ja relativ simpel, also für den Kontext, für euch alle, damit ihr das einmal gehört habt, es gibt natürlich Leistungen, das heißt natürlich, es gibt Leistungen, für die muss man keine Umsatzsteuer zahlen. Da muss man auch, wenn man ganz normal Regelbesteuerer ist, keine Umsatzsteuer ausweisen. Zum Beispiel, wenn ihr im Bildungssektor seid und zum Beispiel Dozent in irgendeiner Bildungseinrichtung seid, kann es da Umsätze geben, für die keine Umsatzsteuer ausgewiesen werden muss, egal, ob Kleinunternehmer bist oder nicht. Und da ist das folgendermaßen, wenn du Kleinunternehmer bist, ist ja ganz simpel, da weißt du einfach nirgendwo Umsatzsteuer aus und schreibst einfach überall rein, da wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen. Wenn du jetzt quasi umsatzsteuerpflichtig wirst, dann hast du Rechnungen ohne Umsatzsteuer, einfach weil Steuerbefreiung aufgrund von Paragraf 4 irgendwas, also ich weiß, dass die Steuerbefreiung in Paragraf 4 stehen, ich weiß nicht genau, welche Nummer in Paragraf 4, das müsstest du auf die Rechnung schreiben, warum das ohne Umsatzsteuer ist und du hast halt eventuell auch Umsätze mit Umsatzsteuer. Wichtig ist, dass du auf der Kostenseite auch nur die dir in Rechnung gestellte Umsatzsteuer ziehen darfst, die auf steuerpflichtige Umsätze gelten. Das heißt, wenn du im Bildungssektor tätig bist und da keine Umsatzsteuer ausweist und du aber für diesen Auftrag einen Laptop kaufst oder ein Handy kaufst, sagst du, in diesem Laptop und Handy diese ausgewiesene Umsatzsteuer auch nicht in deiner Umsatzsteuerform melden und Geld machen. Das heißt, du musst es aufteilen. Wenn du 50% steuerfreien Umsatz im Bildungsbereich hast, 50% steuerpflichtigen Umsatz mit Umsatzsteuer hast, dann darfst du auch auf der Kostenseite quasi nur 50% Geld machen. Das heißt, diese Aufteilung, die musst du tatsächlich vornehmen. Ist ziemlich ätzend, muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber so ist das leider. Du musst dann also den Vorsteuer, also die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer, die heißt Vorsteuer. Das heißt, diese Seite musst du dann leider prozentual genauso aufteilen, wie du das auf der Umsatzseite hast. So, Christian schreibt, ich bin im Bereich der Pflege tätig, von daher Umsatzsteuer befreit. Genau, das ist noch ein anderes Beispiel, wo keine Umsatzsteuer gezahlt werden muss. Vielleicht kann man da nochmal drauf eingehen beim Wechsel zur Regelbesteuerung. Genau, das ist exakt das, was ich eigentlich erzählt habe. Wenn du nur da bist und nur umsatzsteuerfreie Umsätze hast, ich nehme ein Beispiel, was ich aus meinem Alltag ganz hundertprozentig kenne. Meine Mama ist selbstständige Hebamme und auch die, also generell Pflege, Ärzte, Hebammen und so weiter, die sind umsatzsteuerfrei. Das heißt, die zahlen gar keine Umsatzsteuer. Egal, ob sie Kleinunternehmer sind oder nicht. Da ist es ehrlicherweise auch vollkommen egal, ob du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmst. Und wenn du ausschließlich in dem Bereich Umsätze machst, darfst du auf der anderen Seite, also auf der Kostenseite, die Umsatzsteuer auch nicht gelten machen. Da bist du sowieso komplett raus. Also du brauchst eigentlich auch die Kleinunternehmerregelung gar nicht wählen, weil die Regelbesteuerung ist bei dir exakt genau das Gleiche. Das Einzige, was sich eigentlich ändert, ist die Begründung auf deiner Rechnung, warum du keine Umsatzsteuer ausweist. Das eine Mal schreibst du rauf Kleinunternehmerregelung, das andere Mal schreibst du rauf Steuerbefreiung aufgrund von Paragraph 4 Nummer, was es auch immer ist. Hast aber auch keine Umsatzsteuervoranmeldungen, du musst es einmal im Jahr nur machen. Das heißt, das ist eigentlich fast identisch wie die Kleinunternehmerregelung, nur die Begründung ist eine andere. Von daher würde ich in deinem Fall auch sowieso grundsätzlich eigentlich nicht die Kleinunternehmerregelung wählen. Du hast da keinen Vorteil, aber auch keinen Nachteil. Dann würde ich es halt lassen. Tja, denkst, schreibt, wenn man als Kleinunternehmer eine Umsatzsteuer-ID beantragt und im Ausland etwas einkauft, ist man dann dazu verpflichtet, eine Umsatzsteuervoranmeldung zu machen oder reicht bei Reverse Charge auch die Umsatzsteuererklärung? Ganz wichtiger, großer Punkt. Ich habe dazu auch ein Video aufgenommen. Einmal liebe Grüße an Michelle. Michelle sorgt dafür, dass das tonmäßig, lichtmäßig und das alles so passt. Wir haben ein Video aufgenommen mit den fünf Dingen, die du unbedingt über die Kleinunternehmerregelung wissen solltest. Vielleicht magst du das Video einmal raussuchen und in den Chat posten. Ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, die Tja, denkst, da anspricht. Und zwar, es gibt das Reverse Charge Prinzip. Ich erkläre das mit einem Beispiel, was, glaube ich, vielleicht jeder kennt oder zumindest sich vorstellen kann. Ich bin Selbstständiger und werbe auf Instagram für meine Häkeldecken, die ich in meinem Etsy-Shop verkaufe. Ich kann mir viele Berufe vorstellen. Dann habe ich ja Werbekosten und diese Werbekosten zahle ich an Facebook, an Meta, wie sie schön heißen. Das heißt, das Unternehmen hinter Instagram. Dieses Unternehmen hat seinen Sitz in Irland. Das heißt, ich habe eine Geschäftsbeziehung mit einem Unternehmen in Irland, mit Sitz in Irland. Und da gibt es bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen und diese Werbeleistung, das Ausspielen der Werbung ist eine Dienstleistung von Facebook für mich. Da gibt es das Reverse Charge Prinzip. Reverse Charge heißt Umkehr der Steuerschuldnerschaft. Auch zum Reverse Charge Verfahren, um das zu verstehen, habe ich auch nochmal ein aufs völlig vertiefendes Video auf diesem Kanal. Wenn ihr Reverse Charge Contest sucht, dann findet ihr das oder Michelle, du postest den Link kurz. Dann dreht sich quasi die Umsatzsteuer um. Das heißt, nicht Facebook zahlt die Umsatzsteuer, sondern der Leistungsempfänger. Und der Leistungsempfänger ist ja derjenige, für den geworben wird. Also der Kunde. Wenn ich Werbung einkaufe, bei Facebook bin ich der Kunde. Und durch das Reverse Charge Prinzip dreht sich das tatsächlich um. Und das ist blöd. Weil das bedeutet, dass ich Umsatzsteuer darauf abführen muss, auf diese Werbeleistung. Das heißt, ich zahle beispielsweise 1.000 Euro Umsatzsteuer an Facebook, muss aber auf diese 1.000 Euro in Deutschland 19% Umsatzsteuer an das deutsche Finanzamt abführen. Das heißt, ich rechne 1.000 Euro, 19%, 190 Euro, zahle ich dann nochmal an das Finanzamt. Das interessiert fast niemanden in Deutschland. Warum? Weil ich als normaler Regelbesteurer in Deutschland einen Vorsteuerabzug habe. Das heißt, ich zahle diese 190 Euro Umsatzsteuer ans Finanzamt, habe aber ja gleichzeitig einen Vorsteuerabzug. Das heißt, ich kann diese 190 Euro gleich wieder gelten machen. Das heißt, ich zahle diese 190 Euro ans Finanzamt, kann mir diese 190 Euro aber auch gleich wieder erstatten lassen. Das heißt, es ist plus minus 190 Euro. Das heißt, ist uns unterm Strich null. Ist also vollkommen fein, gar kein Problem, gar kein Drama. Normalerweise als Kleinunternehmer und das ist das blöde Problem, als Kleinunternehmer rechne ich immer mit den Bruttopreisen, nicht mit den Nettopreisen. Das heißt, als Kleinunternehmer ist diese 1.000 Euro Werbeleistung trotzdem steuerpflichtig. Das heißt, ich muss trotzdem die 190 Euro an das Finanzamt abfüllen. Das Problem ist, ich habe als Kleinunternehmer aber keinen Vorsteuerabzug. Das heißt, ich muss tatsächlich diese 190 Euro an das Finanzamt abfüllen. für eine Werbeleistung, die ich bekommen habe. Ich darf mir die aber nicht wiederholen. Das heißt, ich habe diese Plus Minus Rechnung, die jeder andere Unternehmer hat, die habe ich als Kleinunternehmer nicht. Das heißt, ich muss tatsächlich, wenn ich beispielsweise 1.000 Euro an Facebook für Werbung zahle, muss ich nochmal on top 190 Euro ans Finanzamt zahlen. Das wirkt super eigenartig. Es ist ein bisschen einfacher, wenn man sich das vorstellt in einem deutschen Unternehmen. Wenn Facebook ein deutsches Unternehmen wäre, würden sie mir ja nicht 1.000 Euro in Rechnung stellen, sondern 1.190 Euro. Das heißt, die Umsatzsteuer und würden dann diese Umsatzsteuer quasi ans Finanzamt abführen. Da das so ein grenzüberschreitendes EU-Ding ist, muss ich das aber machen. Das heißt, und das muss ich auch als Kleinunternehmer machen. Das heißt, auch als Kleinunternehmer muss ich Umsatzsteuer abführen. Und damit das Ganze funktioniert, brauche ich eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Und die müsst ihr beantragen. Und wenn du die hast, jetzt habe ich, tja, denkst, also dein Kommentar, ist sehr weit ausgeholt, aber ich glaube, das wissen ganz, ganz viele nicht. Das sehe ich zumindest immer wieder, wenn wir Mandanten übernehmen, dass es in der Vergangenheit ganz häufig nicht gemacht wurde. Weil es ist nicht nur Facebook. Das ist auch alle möglichen Online-Tools, die ihr nutzt. Also Asana oder Monday.com oder Trello oder auch Werbeplattformen, Dienstleister, Software-as-a-Service-Anbieter und so, die sitzen ganz häufig im EU-Ausland. Und immer dann da müsst ihr im Zweifel darauf die Umsatzsteuer noch abführen. Und das machen so wenige und es kann tatsächlich ein Riesenfehler sein. Ich meine jetzt, ich rede über 1000 Euro Werbung, das sind 190 Euro, das geht noch einigermaßen. Wenn ihr das acht Jahre lang nicht wisst, bei allen diesen Tools und dann kommt das Finanzamt und prüft euch, dann wird das richtig, richtig teuer. Und das weiß halt fast keiner. Aber tja, um deine Frage zu beantworten, dann musst du tatsächlich eine Umsatzsteuer-Fornmeldung machen, quartalsweise in der Regel. Und dann musst du das quartalsweise ans Finanzamt zahlen. So, AN hat genau dazu eine Frage. Wenn ich mit einem belgischen Kunden im letzten Jahr als Kleinunternehmerin arbeite, muss ich den Hinweis mit Reverse Charge auf meine Rechnung aufführen? Ja. Also, da komme ich sowieso noch dazu. Also, wenn du als Kunden ein ausländisches Unternehmen hast, dann ist der Ort der Leistung, und das ist wichtig, dann ist der Ort der Leistung nicht in Deutschland. Bei B2B-Umsätzen, also Unternehmen zu Unternehmen, liegt der Ort der Leistung, das ist wahnsinnig konstruiert, aber ist der Ort, an dem diese Leistung stattfindet, immer an dem Ort, wo der Leistungsempfänger, also wo der Kunde sein Unternehmen besitzt hat. Das heißt, wenn du in Brüssel ein Unternehmen hast und du eine Beratungsleistung, egal wie du sie erbringst, und du hast einen Kunden in Brüssel, ist der Ort deiner Leistung in Brüssel. Und darauf musst du keine deutsche Umsatzsteuer ausweisen, weil es ist ein Umsatz, der in Brüssel stattgefunden hat. Damit du nicht in Brüssel Umsatzsteuer abzahlen musst, genau dafür gibt es dieses Reverse-Charge-Verfahren. Weil dann schreibst du einfach deine Rechnung, bla bla bla, 1000 Euro Beratung, Reverse-Charge. Damit weiß dein Kunde, okay, das ist diese Beratungsleistung, Reverse-Charge, und kann sich denn darum kümmern, in seiner Voranmeldung die Umsatzsteuer in Brüssel abzufinden. Das ist wichtig. Und das musst du trotzdem draufschreiben. Dem interessiert es überhaupt nicht, ob du nach Deutschland recht Kleinunternehmer bist. Der muss wissen, dass er in Brüssel, in Belgien Umsatzsteuer abfinden muss. Deswegen unbedingt Reverse-Charge-Umsatz draufschreiben. Heike fragt noch, Reverse-Charge, wie ist das bei außer EU-Ausland, Softwarekauf? Da gibt es das ganze Reverse-Charge-Geschichte so in der Form nicht. Das heißt, wenn du aus den USA eine Software kaufst, aus China, wo auch immer, dann hast du das Ganze nicht, weil du diese Umkehr der Steuerschuldnerschaft nicht hast. Und da bringt es dir meistens auch nichts, wenn du, also da kannst du meistens auch keine Umsatzsteuer dir hinterlegen und solche Sachen. Marcel hat noch geschrieben, Umsatzsteuer fällt immer im Leistungszeitraum an. Heißt, ich stelle noch Rechnungen aus ohne Umsatzsteuer. Richtig. Ich würde grundsätzlich, das ist so ein ganz wichtiger Punkt und auch so eine Stolperfalle für die Jahresübergänge, wenn du letztes Jahr und dieses Jahr Kleinunternehmer warst, dann ehrlicherweise juckt das kein, wann du deine Rechnung schreibst. Wenn du in diesem Jahr also quasi in Begriff bist zu wechseln und es geht immer um den Leistungszeitraum. Das heißt, du musst dann, wann die Leistung stattfindet, was du dann warst, wie du schreibst. Umsatzsteuer fällt immer im Leistungszeitraum an. Wenn du beispielsweise eine Leistung im Dezember und Januar gemacht hast, dann würde ich dir einfach für deine Buchhaltung und Seelenfrieden vorschlagen, du schreibst zwei Rechnungen, einmal für die Dezemberleistung und schreibst du als Datum den 31.12.2022 drauf, rechnest ohne Umsatzsteuer diese Leistung ab und dann rechnest du für die zweite Hälfte deiner Beratungsleistung, also Januar, schreibst du eine zweite Teilrechnung und die dann halt mit Umsatzsteuer, weil jetzt bist du Regelbesteuerer. Also ich würde das sauber trennen. Man kann das auch anders machen, rein in der Praxis, dringender Appell, schreib zwei Rechnungen, eine fürs alte und eine fürs neue Jahr. Janin Kessler oder Janin schreibt, wie melde ich die Umsatzsteuer an? Es hieß, über LexOffice ist das möglich, über Contest nicht. Contest, also Contest musst du unterscheiden, Contest ist ja ein Bankkonto, darüber kannst du keine Umsatzsteuer abschicken, nein, es ist ein Bankkonto. Aber wir jetzt, auch speziell der Kanal und auch ich, arbeiten ja für die Contest Steuerberatung, das heißt, wenn du das Steuerpaket bei Contest gebucht hast und bei der Contest Steuerberatung Mandant bist, dann musst du sowieso gar nichts machen, dann brauchst du, dann ist das jetzt hier nice to know, das Webinar für dich, aber dann kümmern wir uns ja um all das. Dann solltest du trotzdem wissen, dass du auf deine Rechnung Umsatzsteuer ausweist, aber alles andere, wer machen wir denn für dich? Wir sind, also für alle Leute, die es nicht wissen, wir sind Steuerberatung, wir machen natürlich den ganzen Krempel, also die Umsatzsteuer Voranmeldung, Kommunikation mit dem Finanzamt und so weiter, machen wir natürlich für euch. Das heißt, auch wenn da jetzt einige dabei sind, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, natürlich einige von uns Mandanten dabei sind, dann, und ihr dazu Fragen habt, dann könnt ihr uns jederzeit einfach auch in der App, also in der Contest App einfach per Chat eine Nachricht stellen oder sagen, ey, ich würde gerne mal telefonieren, dann können wir das machen, aber genau, die Umsatzsteuer Voranmeldung, die machen wir dann für euch. Denise schreibt noch, wie läuft das mit den Voranmeldungen? Grundsätzlich, also wie gesagt, du hast drei Monate, wenn du jetzt gerade Kleinunternehmer warst, und dann musst du für diese drei Monate halt deine Umsatzsteuer Kalkulation machen. Das jetzt hier im Detail zu erklären, ist ein bisschen viel, da würde ich dir wirklich sagen, such mal Umsatzsteuer Voranmeldung und auf unserem YouTube-Kanal, da wirst du einige Videos dazu finden, wo wir auch alle möglichen Fragestellungen, wo wir es Klick für Klick zum Teil vormachen und so weiter. Das haben wir schon in diversen Videos aufbereitet, weil die Frage hat natürlich jeder irgendwann am Anfang. Marc Petersen schreibt, kann man als Kleinunternehmer im laufenden Jahr zum Beispiel 100.000 Euro oder mehr Umsatzsteuerfrei verdienen, oder muss man ab 21.000 und 1 Euro sofort Mehrwertsteuer ausweisen? Nein, du bist entweder, genau das ist der Punkt, also ich lese die Frage nochmal vor, wenn du 100.000 dieses Jahr machst, musst du das ganze Jahr die 100.000 Euro wirklich steuerfrei oder ab dem 22.000 und 1. Euro deinen Umsatzsteuer ausweisen. Und das ist genau der wichtige Punkt, du bist, wenn du jetzt davon ausgehst, unter 50.000 Euro dieses Jahr zu bleiben und du tatsächlich 100.000 machst, dann sind diese 100.000 Euro komplett steuerfrei. Ich will steuerfrei nicht wirklich sagen, weil rechtlich gesehen ist es keine steuerfreiheit, sondern diese Steuer wird einfach noch nicht erhoben, aber du musst auf diese 100.000 Euro kein Umsatzsteuer zahlen, auch wenn es 3 Millionen Euro sind, dann wird das Finanzamt definitiv nachfragen, wie das denn sein konnte, dass du mit unter 50.000 Euro gerechnet hast und bei 3 Millionen gelandet bist, aber dann wären auch die 3 Millionen komplett steuerfrei. Das Einzige, was sich ändert, dann bist du ab dem ersten Jahr oder nächsten Jahres halt kein kleiner mehr und musst auch, selbst wenn du dann nur 5 Euro verdienst, trotzdem auf diese 5 Euro Umsatzsteuer zahlen. Das ist wichtig. Während eines Jahres ändert sich nie überhaupt etwas. Eine Frage. Darf man als Freiberufler und Kleinunternehmer noch eine zusätzliche GbR gründen, umsatzsteuerpflichtig, trotzdem weiterhin für die freiberufliche Tätigkeit den Kleinunternehmerstatus behalten? Auch ein wichtiger Punkt hole ich ein wenig aus. Die Kleinunternehmerregelung gilt für alle eure selbstständigen Tätigkeiten. Was ihr nicht machen könnt, wenn ihr sagt, naja, keine Umsatzsteuer ist ja super interessant, ich bin immer unter 22.000 Euro, aber ich habe 5 Selbstständigkeiten. Das heißt, ich melde einfach 5 Selbstständigkeiten an und mache mit jeder dieser 5 Selbstständigkeiten 20.000 Euro Umsatz, habe also 5 Kleinunternehmen. Das geht nicht als Kleinunternehmer, giltst du als ein Unternehmen. Das ist wichtig. Das heißt, du giltst da als ein Unternehmen und es wird alles zusammengerechnet und dann musst du die Umsatzsteuer abfüllen, weil 5 mal 20 musst du halt alles zusammenrechnen und in eine Umsatzsteuer-Fordernmeldung reinbringen. Du kannst nicht parallel mehrere Kleinunternehmer haben und du kannst auch nicht sagen, auf der einen Seite, das eine ist groß, da bin ich kein Kleinunternehmer, bei der anderen bin ich kein Kleinunternehmer. Im Umsatzsteuergesetz bist du als Person ein Unternehmen und deine Frage geht so ein bisschen in eine andere Richtung. Was ist, wenn ich ein zweites wirkliches Unternehmen habe, also eine GbR? Dann kann die GbR, also ich möchte eigentlich gar nicht so sehr gerne pauschal sagen, es kommt so ein bisschen darauf an, grundsätzlich ist das möglich. Da würde ich dir aber dringend empfehlen, dass du dich mal mit jemandem unterhältst, der sich deinen ganz konkreten Fall einmal anschaut. Wenn du bei uns Mandant bist, dann schreib uns über die Contestab, dann können wir das einmal durchsprechen. GbR ist so, ja, ist so eigen und da gibt es immer so manchmal Klauseln, wo es schwierig wird. Grundsätzlich geht es, aber ja, ich würde dringend empfehlen, jemanden über deinen konkreten Fall gucken zu lassen. Sahin hat gesagt, ich fange nächsten Monat meine Selbstständigkeit an. Vorjahresumsatz hätte ich dann ja schon mal nicht. Das gehe ich. Da hast du einen wichtigen Punkt getroffen. Wenn du gründest dieses Jahr, dann hast du ja keinen Vorjahresumsatz oder du hast die Voraussetzung erfüllt, dass du nicht über 22.000 Euro warst. Ich gehe dieses Jahr von mehr als 22.000 Euro Umsatz aus. Welcher Fall trifft auf mich zu? Kleinunternehmer oder nicht? Und eigentlich prüfst du das genauso wie alle anderen auch. Das heißt, grundsätzlich musst du sowieso, wenn du Teile eines Jahres selbstständig bist, musst du das runterrechnen. Das heißt, dann gelten für dich die 22.000 Euro, aber nicht die 22.000, sondern anteilig. Das heißt, wenn du jetzt im Januar nicht selbstständig warst, dann musst du ein Zwölftel rausrechnen. Das heißt, dann musst du elf Zwölftel von 22.000 Euro nehmen und das ist der Umsatz, den du machen darfst. Wenn du jetzt heute schon davon ausgehst, dass du mehr als 22.000 bist, weißt du sowieso, dass du spätestens im Januar nächsten Jahres kein Kleinunternehmer mehr bist. Ganz ehrlich, lass es. Mach gleich von vornherein mit Vollumsatzsteuerpflicht und so weiter. Und ehrlicherweise, wenn du ein richtiges Setup hast, also wenn du einen Steuerberater hast, der sich darum kümmert, oder auch wenn du so ein Buchhaltungsprogramm wie zum Beispiel LexOffice oder SavDesk oder sowas nimmst und das da einfach mit dir Umsatzsteuer machst, das ist auch nicht so viel ernsthaft Mehraufwand. Das war früher oder wenn du jetzt wirklich deine Buchhaltung versuchst mit Excel zu machen und dann über Elster Online und so weiter, dann ist das viel, aber so ein Buchhaltungsprogramm kostet 10, 15 Euro im Monat und da hast du das mit drin. Wenn du Steuerberater machst, hast du damit gar nichts zu tun, der kümmert sich um das alles und hast keine Zusatzkosten, zumindest bei uns nicht. Also du zahlst nicht, ob du Kleinunternehmer bist oder nicht, ob du umsatzsteuerpflichtig bist, zahlst du nicht mehr oder weniger. Von daher würde ich dir da dringend empfehlen, lass es. Das glaube ich aus dem Kontext, den ich jetzt natürlich nicht mehr weiß, was ich da zu dem Zeitpunkt gesagt habe. Das bedeutet A, auf den Rechnungen Kleinunternehmerregelung raus. Achso, also grundsätzlich, ja, was sich ändert, wenn du jetzt Regelbesteuerung machst? Ja, Hinweis zur Kleinunternehmerregelung raus aus den Rechnungen. Brutto-Netto-Rechnung und 7 oder 19 Prozent. Auch richtig? Du weißt umsatzsteuer aus. Dann, Info an das Finanzamt, ja, C, Quartalsmäßig umsatzsteuerformelung. Hervorragend. Du kannst nächsten Moment ins Skript schreiben. Genau so, genau so hat es das zu sein. Max Müller, gilt der Geldeingang oder das Rechnungsdatum, wenn noch unbezahlte Rechnungen aus offen, gilt der Geldeingang oder das Rechnungsdatum, wenn noch unbezahlte Rechnungen aus 2022 offen sind? Ah, für die Umsatzberechnung. Also es könnte ja natürlich sein, dass du 20.000 Euro Umsatz im letzten Jahr gemacht hast, aber noch offene Rechnungen von 5.000 Euro hast. Stellt sich die Frage, hast du jetzt 20.000 oder 25.000 Euro Umsatz gemacht? Sehr, sehr geile Frage. Es gilt das Zufluss-Abfluss-Prinzip. Das heißt, das Geld, was du auf dem Konto hast, ist übrigens auch, dafür ist jetzt zu spät, natürlich auch eine Gestaltungsmöglichkeit. Das heißt, in dem Fall, 20.000 Euro Geldeingänge, aber noch 5.000 offen, bist du im Vorjahr bei 20.000 gewesen, weil es noch eine offene Rechnung wurde dir noch nicht bezahlt. Du kannst das natürlich in Zukunft auch nutzen. Du kannst natürlich, hättest theoretisch auch sagen können, ey, diese 5.000 Euro hättest du eigentlich auch schon im Oktober, November in Rechnung stellen können. Du möchtest dir aber gerne die Kleinunternehmerregelung erhalten, deswegen schreibst du einfach mal ganz smart, wie du bist, erst am 31.12. deine Rechnung, damit es noch eine offene Rechnung am Jahresende ist, damit das Geld dir noch nicht zufließt, damit du nicht über diese 22.000 Euro kommst. Das kannst du natürlich aktiv nutzen. Das muss natürlich mit den Kunden abgesprochen sein, damit die fein sind, damit sie ein bisschen später die Rechnung bekommen, aber ehrlicherweise, die meisten Kunden haben nichts dagegen, wenn sie die Rechnung später bezahlen müssen. Von daher wäre das eine Möglichkeit. Jetzt für letztes Jahr ist natürlich offensichtlich ein bisschen spät, aber für dieses Jahr vielleicht. Auch eine sehr gute Frage. Wie viele Jahre darf man eigentlich als Kleinunternehmer arbeiten, bis du stirbst? Also, es gibt keine Limitierung. Das hat keine Ablaufzeit. Du kannst, wenn du heute gründest, bis du nicht mehr arbeiten möchtest und deine Selbstständigkeit beendest, bis dahin darfst du Kleinunternehmer sein. Und wenn es 40, 50 Jahre sind, gar kein Problem. Hier ist noch eine Frage. Ich habe mir ein Nebengewerbe als Webentwickler, habe ein Nebengewerbe als Webentwickler gegründet. Ich bin noch am Anfang und frage mich, ob die Regelbesteuerung für mich Sinn macht, da fast alle meine Kunden mittelständische Unternehmen sind. Wie gesagt, ich finde, deswegen bin ich so durchgegangen, hauptberuflich ergibt gar keinen Sinn, nebenberuflich ergibt es keinen Sinn, wenn du B2B-Umsatz hast und bei B2C ergibt es unter Umständen Sinn, wenn du keine großen Anfangsinvestitionen hast. Deswegen in deinem Fall, wenn du sagst, mittelständische Unternehmen, würde ich dir ganz ehrlich sagen, lass es. Irgendwie ist es auch ganz nett, überall, wenn du Laptop kaufst, Software kaufst und so weiter, einfach immer nur einen Netto-Preis zu bezahlen. Hat einen Vorteil. Weil wie gesagt, du hast keinen Preisvorteil. Arbeit ist es ehrlicherweise auch nicht so viel mehr. Früher war es noch ein bisschen anders, jetzt gibt es schöne Software, die das simpel macht oder Steuerberater, uns zum Beispiel. Genau, dann würde ich dir dringend empfehlen, lass es bleiben. Oh, auch eine gute Frage, wenn ich zur Regelbesteuerung wechsle, also letztes Jahr Kleinunternehmer, jetzt Regelbesteuerung möchte, kann ich mich dann für die Ist-Versteuerung entscheiden? Reicht hier ein formloses zusätzliches Schreiben? Auch ein wichtiger Punkt, Ist- und Soll-Versteuerung. Ist-Versteuerung, also was bedeutet das? Bei der Ist-Versteuerung bezahlst du die Umsatzsteuer immer erst dann, wenn die Kohle auf deinem Konto ist. Andere Möglichkeit wäre, wenn du die Rechnung schreibst. Ein simples Beispiel, ich habe im Dezember eine 10.000 Euro Rechnung geschrieben mit Umsatzsteuer. Bei der Ist-Versteuerung müsste ich diese 19% auf diese 10.000 Euro, also 1.900 Euro, müsste ich erst dann bezahlen, ans Finanzamt abführen, wenn ich die Kohle auf dem Konto habe. Auch wenn das erst im Februar oder März ist, dann müsste ich das erst ans Finanzamt bezahlen. Bei der Soll-Versteuerung muss ich die Umsatzsteuer immer schon dann bezahlen, wenn ich die Rechnung ausgestellt habe. Was natürlich ein Riesen-Nachteil sein kann, wenn die Zahlungsziele wahnsinnig lang sind. Gerade wenn du mit großen Unternehmen zusammenarbeitest. Ich habe mal mit einem sehr großen deutschen Softwareunternehmen gearbeitet, die haben nach 8 Monaten meine blöde Rechnung bezahlt. Das heißt, und das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich 8 Monate früher oder später meine Umsatzsteuer zahlen muss. Und du fragst, wie kannst du das wählen? Ja, du kannst das wählen. Also du kannst die Ist-Versteuerung wählen nach einer anderen Grenze von 600.000 Euro Umsatz. Das heißt, wenn du als Einzelunternehmen unter 600.000 Euro Umsatz machst, dann kannst du die Ist-Versteuerung wählen. Wenn du drüber bist, dann nicht mehr. Aber dann sollte sowieso auch dein Unternehmen anders aufgestellt sein. Das heißt, das kannst du auf jeden Fall wählen. Und in der Regel ist das der Standard. Also das ist bei kleinen Unternehmen der Standard. Du hast ganz am Anfang bei deiner Gründung, beim Fragebogen zur steuerlichen Erfassung Haken gesetzt, bei Soll- oder Ist-Versteuerung. Wenn du damals da bei Ist-Versteuerung den Haken gesetzt hast, dann gilt das noch für dich. Ansonsten kannst du beim Finanzamt mal anrufen, fragen, was gerade jetzt eingestellt ist oder so. Eigentlich ist das bei Einzelunternehmen der Standard. Also es gibt nicht viele Einzelunternehmen, die mehr als 600.000 Euro Jahresumsatz machen. Flo schreibt, was würde dir empfehlen bei kleineren Umsatz, 1.000 bis 2.000 Euro im Jahr? An wen wendet man sich da am besten, gerade wenn es unklar bezüglich Freiberuflich- oder Gewerbeanmeldung ist? Also das heißt, Kontext, du verdienst wenig, 1.000 bis 2.000 Euro im Jahr. So groß ist meine Selbstständigkeit übrigens auch. Manchmal mache ich so ein paar Sachen und schreibe ich eine Rechnung. Das ist nicht wirklich eine Selbstständigkeit. Du kannst tatsächlich das beim, also entweder sprichst du mit dem Steuerberater, bezahlst einen Steuerberater dafür. Ehrlicherweise würde ich dir bei 1.000 bis 2.000 Euro nicht raten, dass du einen Steuerberater damit beauftragst. Du kannst tatsächlich dem Finanzamt deinen Fall schildern und dann sagt dir das Finanzamt, wie du es machen würdest. Das Finanzamt darf nicht beraten, aber du kriegst Beamte, sorry, falls hier eben Beamter dabei ist, aber du kriegst Beamte relativ schnell zum Arbeiten und zum Antworten, wenn du ihnen mit Arbeit drohst. Das heißt, wenn du dem Finanzamt schreibst, liebes Finanzamt, ich möchte das ja nicht falsch machen, weil ich ja natürlich auch auf ihrer Seite nicht für mehr Arbeit sorgen möchte, würde ich das lieber gern richtig machen. Wenn ich das machen würde und das als Gewerbe angeben würde, würde es dann stimmen. Also du kannst das so ein bisschen hypothetisch machen und dann kriegt man da eigentlich auch eine Antwort. Außer das ist so ein ganz klarer Fall, dann hilft im Zweifel Googlen, kannst du auch gerne auf unserem Kanal einmal umschauen, wir haben dazu einige Videos auch, freiberuflich Gewerbe, Unterscheidungen haben wir gemacht. Wenn das Graubereich ist und du dir da wirklich nicht sicher bist, würde ich dir tendenziell eher empfehlen, du meldest dich einfach als Gewerbe an. Warum? Weil das größte Problem ist, dass du jahrelang Freiberufler warst, aber das Finanzamt irgendwann Jahre später auf die Idee kommt, dass es eigentlich Gewerbe ist, dann fordern die nämlich für die ganzen Jahre die Gewerbesteuer wieder. Aber wenn du von vornherein als Gewerbe angemeldet bist, kannst du die Gewerbesteuer und die Einkommenssteuer miteinander verrechnen. Das heißt, du zahlst gar nicht wirklich viel mehr Steuern. Auch dazu gibt es ein Video, also wir haben ein Video zur Gewerbesteuer auf diesem Kanal, das kannst du dir mal angucken. Da gibt es in der Videobeschreibung auch so ein Berechnungstool, da kannst du mal reingehen und deine Gemeinde eintragen, deinen Gewinn eintragen und so weiter und dann steht da, wie viel von deiner Gewerbesteuer anrechnenbar wäre. Das heißt, wie groß tatsächlich die Mehrbelastung als Gewerbetreibender. Das ist in der Regel ehrlicherweise nicht so besonders viel. Deswegen in strittigen Grenzfällen würde ich tendenziell zur Sicherheit eher immer empfehlen. Und macht Gewerbe hat auch den Vorteil, dass du inhaltlich nicht so richtig doll eingegrenzt bist. Weil als Freiberufler musst du dir schon Gedanken machen, ob du eventuell, wenn sich dein Unternehmen in eine andere Richtung entwickelt, ob du da nicht eventuell irgendwann gewerblich tätig werden solltest. Ob deine Tätigkeit nie irgendwann gewerblich wird. Ein Beispiel, meine Frau, es gibt Vorträge, es ist Ernährungswissenschaftlerin und solche Sachen. Das heißt, die hat ein Buch geschrieben und solche Sachen, zwei Bücher. möchte in der Völk nicht kleinreden. Das heißt, sie hat unterrichtende Tätigkeiten zum Beispiel, eine Autorentätigkeit, sind beides freiberufliche Tätigkeiten. Sie verkauft aber halt auch Videokurse, Online-Kurse, sie verkauft auch andere Unterlagen, Equipment, stellt sich auch so auf Bühnen, die nicht unterrichtend sind, sondern mehr, ich würde mal sagen, inspirierend sind. Das heißt, es ist dann alles nicht mehr freiberuflich. Das macht sie aber alles als ein Unternehmen. und dann ist es halt einfacher zu sagen, ey, ist einfach alles Gewerbe. Klar kann man es theoretisch irgendwie trennen, da muss man aber zwei Buchhaltungen machen und so weiter. Das ist mehr Aufwand. Du kannst aber auch immer sagen, ey, ist alles Gewerbe, habe ich gar kein Problem und kann mich frei entfalten in der Gestaltung meines Geschäftsmodells. Und das kannst du als Freiberufler nicht zwingend, weil wenn sie jetzt als Freiberuflerin plötzlich anfangen würde, Videokurse zu verkaufen und so, das ist dann eher gewerblich und so, das wird dann schwierig. Deswegen im Zweifel eher Gewerbe. Rille Peter stellt eine Frage, die ich hervorragend finde. Bis wann muss die EÜR für 2022 abgegeben werden? Warum finde ich diese Frage hervorragend? Weil ich heute um 15 Uhr dazu ein Video aufgenommen habe. Das kommt zeitnah auch auf diesem Kanal online, wo ich erkläre, wann eigentlich was exakt gemacht werden muss. Das heißt, gerade eben erst den ganzen Nachmittag mich mit dem ganzen Thema beschäftigt, der Frist. Offiziell, standardmäßig, hast du ja immer bis zum 31.7. des Folgejahres Zeit, aber es gibt, diese ganzen Corona-Gesetze haben das wahnsinnig nach hinten verschoben, also diese Corona-Steuerhilfegesetze haben das nach hinten verschoben. Das heißt, in diesem Jahr gilt für dich und alle anderen übrigens auch, der 2. Oktober 2023. Das heißt, bis zum 2. Oktober, eigentlich 30.9., das ist aber am Wochenende, deswegen der folgende Werktag, musst du bis Ende September, Anfang Oktober, musst du deine EÜR abgegeben haben. Außer du hast einen Steuerberater und dann hast du länger Zeit. Ein Steuerberater hat für letztes Jahr bis Ende Juli nächstes Jahr Zeit, das heißt anderthalb, nicht mehr, die Hälfte des Jahres ist am 30.6. vorbei, also nächstes Jahr sieben Monate und 19 Monate hat eine Steuerberater Zeit. Engin fragt, kann man neben seiner Selbstständigkeit auch privat mit Devisen handeln, ohne ein Gewerbe anzumelden. Es kommt immer auf den Umfang drauf an. Du kannst grundsätzlich auch Kapitalerträge haben während der Selbstständigkeit. Du kannst, also gar kein Problem. Wenn du aber so viel mit Devisen handelst, das ist irgendwann eine gewerbliche Tätigkeit, also du musst den Devisenhandel separat betrachten. Wenn das wirklich eine gewerbliche Tätigkeit ist, also eine selbstständige, nachhaltige Tätigkeit, die du mit Gewinnerzielungsabsicht machst und so weiter, würde das komplett sprengen. Ich kenne deinen Fall jetzt auch nicht. Du kannst aber auch neben einer eine Selbstständigkeit noch eine zweite Selbstständigkeit als Devisenhändler haben. Aber ob dein Devisenhandeln gewerblich ist, das hängt ein bisschen davon ab, wie hoch das Volumen ist, wie oft und so weiter. Hey, grüß dich. Muss ich mich als Student beim Finanzamt melden, falls ich durch künstlerische Tätigkeit 12 Euro verdiene im Monat bei Patreon? Nein. Weil 12 Euro liegt unter und dazu kommt tatsächlich auch zeitnah ein Video 12 Euro. Ich habe keine Ahnung genau, was du als künstlerische Tätigkeit machst. Das ist aber so simpel vorzurechnen, dass du damit Verlust machst. Also du brauchst 12 Euro pro Monat, sind 144 Euro pro Jahr. Du musst halt irgendwie begründen, dass du mehr Kosten hast und dann machst du einen Verlust. Und wenn du das Ganze nicht machst mit Gewinnerzielungsabsicht, dann ist das Liebhaberei. Das Video kannst du dir auch gerne auf unserem Kanal nochmal anschauen. Liebhaberei. Das heißt, das Ganze würde ich tatsächlich bei 12 Euro. Das ist ja Umsatz. Das ist ja, keine Ahnung, du hast dir bestimmt irgendwo mal irgendwas gekauft für mehr als 12 Euro pro Monat, was du brauchst um deine künstlerische Tätigkeit. Irgendwas wirst du ja brauchen. Das heißt, irgendwelche Kosten hast du ja. Wenn du die Gegenrechnung machst, dann machst du einen Verlust und dann musst du das nicht angeben. Kannst du aber theoretisch, weil du dann theoretisch das verrechnen könntest. Tja, denkst. Habe leider als Kleinunternehmer das Prinzip von Reverse Charge erst vor kurzem mitbekommen und daher auch keine Umsatzsteuervoranmeldung gemacht. Kann man die Umsatzsteuer noch mit der Umsatzsteuererklärung nachreichen? Tja, denkst. Ja, tja, kannst du. Geht. Also du kannst, wenn du unterjährig, also das, was ich vorhin erklärt habe mit Reverse Charge, ich habe erklärt rund Instagram-Werbung und so weiter, dass du das abführen musst, kannst du auch tatsächlich noch mal nachholen mit der Umsatzsteuerjahreserklärung. Würde ich auch machen. Also du kannst natürlich jetzt auch noch mal nachträglich die Umsatzsteuervoranmeldung korrigieren. Ich würde dir aber empfehlen, mach es mit der Umsatzsteuerjahreserklärung. Zypertext schreibt, was ist, wenn ich dem Unternehmen wie Facebook nicht mitteile, dass ich gewerblich bin? Dann erhalte ich eine Rechnung mit 19% Steuern. Ist das in Ordnung? Geht das? Sicher? Also in den allermeisten Fällen bei Facebook bin ich mir jetzt fast ziemlich sicher, dass das gar nicht geht. Also bei vielen Unternehmen musst du es nicht machen. Du bekommst, also als Kleinunternehmer ist das vollkommen in Ordnung. Du bekommst dann halt einfach eine Rechnung und mit 19% Umsatzsteuer und dann ist es fein. Ich wage bei Facebook zu bezweifeln, dass das so der Fall ist. Wenn du Regelbesteuerer bist, nicht, dann ist das nicht in Ordnung und zwar weil das, also das ist sehr, sehr streng genommen, auch dazu gibt es tatsächlich ein Video auf diesem Kanal, das wird auch bald noch mal ein bisschen geupdatet, wo ich ein bisschen mehr erkläre, weil es inhaltlich sachlich falsch ist. Also als Kleinunternehmer kannst du es machen, gar kein Problem, buchst du einfach weg und gut ist die Kiste. Kannst du die Vorsteuer eh nicht Geld machen. Als Regelbesteuerer kannst du aber nicht sagen, ich verzichte auf die Umsatzsteueridentifikationsnummer und kriege dann einfach eine Rechnung mit Umsatzsteuerausweis, weil diese Rechnung ist sachlich falsch, weil es ist falsch ausgewiesene Umsatzsteuer, weil es wäre ja eigentlich, weil du es für dein Unternehmen brauchst, eine Rechnung ohne Umsatzsteuer. Das heißt, die Rechnung ist einfach falsch und du darfst aus falschen Rechnungen keine Umsatzsteuer erzielen. Das heißt, als Regelbesteuerer ist das unmöglich. Klar, auch dann kannst du als Regelbesteuerer nehmen, du darfst aber auf keinen Fall diese Umsatzsteuer, die dir Facebook da ausweist, geltend machen, weil es falsch ausgewiesen Umsatzsteuer ist. Du musst dann halt einfach den gesamten Betrag als Betriebsausgabe rufen, was du als Kleinunternehmer ja sowieso machst. Deswegen, ja, als Kleinunternehmer wäre das eine Möglichkeit, wenn das denn überhaupt geht. In vielen Bereichen geht es einfach gar nicht. M schreibt, kann ich Verkaufswaren, die ich vor Gewerbeanmeldung gekauft habe, Verkaufswaren, die ich vor Gewerbeanmeldung gekauft habe, mit reinnehmen, als vorweggenommene Betriebsausgaben? Wenn ja, wie lange darf der Zeitraum circa sein? Ja, geht. Ich kann dir das aus der Praxis gar nicht so richtig sagen. Also grundsätzlich geht es. Es ist auch weniger der Punkt, wann du das Gewerbe angemeldet hast, sondern du machst ja in der Gewerbeanmeldung, gibst sie ja an, wenn mich nicht alles täuscht, wann du da mit einer selbstständigen Tätigkeit anfängst. Und dann, wenn du da zwei Monate zurückgehst, dann hast du das ja quasi mit drin. Was du nicht machen kannst, ist quasi, dass du jetzt in der Steuererklärung für dieses Jahr Kosten reinpackst, die du letztes Jahr getragen hast. Das geht nicht. Millie and the Bee fragt, wie ist das denn mit Storno-Rechnungen? Zählen die zu den 22.000 Euro? Das kommt drauf an. Sind es deine Storno-Rechnung oder die Storno-Rechnung von jemand anderem? Also wenn du Geld bekommen hast, weil du ne, warte, du kriegst da Geld, du hast eine, du hast, also wenn du etwas ausgibst und das schickst, also du hast eine Betriebsausgabe, Beispiel, du hast einen Laptop gekauft, den willst du aber nicht haben, gibst ihn zurück, dann kriegst du eine Storno-Rechnung und kriegst die Kohle wieder. Das ist kein Umsatz, das ist quasi eine negative Betriebsausgabe, weil das ja nur die Kosten, die du vorher hattest, wieder ausgleicht. Das heißt, das brauchst du nicht als Umsatz. Andersrum ist ja auch, wenn du einen Umsatz hast, keine Ahnung, 1.000 Euro jemand in Rechnung gestellt hast, der Kunde will das aber doch nicht mehr und du erstellst dann eine Storno-Rechnung und überweist das Geld zurück, dann reduziert das den Umsatz und dann ist das keine Kosten. Also wichtig ist, es gibt auch positive Ausgaben und negativen Umsatz. Das heißt, da bleibst du in der gleichen Kategorie, das wechselt jetzt nicht. Maria schreibt, meint ihr, es gibt Hoffnung, dass die Umsatzgrenze in Höhe von 22.000 Euro mal erhöht wird? Es waren früher ja mal 17.500. Die könnten ruhig mal auf 30.000 hochstufen. Eine durchaus berechtigte Forderung, vor allem, weil es in Frankreich eine ähnliche Regelung gibt, da liegt die bei 100.000 Euro. Ich stelle dir das einmal vor. 100.000 Euro Kleinunternehmergrenze. Dann wird das tatsächlich interessant und dann verändert sich mein ganzes Gepöbel gegen die Kleinunternehmerregelung auch erheblich, weil mit 100.000 Euro, da kannst du auch Vollzeit einfach von leben. Also mit Umsatz. Klar, Gewinn ist kleiner, aber davon kann man halt ein echtes Leben bestreiten. Diese 22.000 Euro sind ein bisschen traurig, ehrlicherweise. Aber Maria, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, also ich weiß, dass es jetzt gerade absolut kein Thema ist im Finanzministerium. Also es gibt keine aktuelle Diskussion, das zu machen. Einfach weil, keine Ahnung, es gibt zu viel Energiekrise, nachhaltige Energie soll gefördert werden. Also alles, was jetzt für dieses Jahr neu im Gesetz ist, Photovoltaikanlagen war ein großer Punkt. Was auch ein großer Punkt war, waren die ganze Homeoffice-Regelungen und so weiter. Und dann gibt es noch so ein paar Digitalisierungsprojekte, die Will Lindner haben unbedingt. Und so in dem Bereich werden gerade Gesetze gemacht. Jetzt Kleinunternehmer ist nicht so der Hauptfokus. Mert fragt, schreibt, wie ist es als Kleinunternehmer, wenn man bei Ausgaben also etwas kauft und bei der Rechnung Umsatzsteuer steht? Die gibst du einfach nicht an. Du rechnest immer mit dem Bruttobetrag. Also wenn du diesen Laptop kaufst von mir und ich möchte von dir 1.000 Euro plus 190 Euro Umsatzsteuer, dann sind diese 190 Euro Umsatzsteuer für dich als Kleinunternehmer vollkommen egal. Du buchst einfach in deiner Buchhaltung 1.190 Euro. Das heißt, du ignorierst einfach den Netto-Betrag und den Umsatzsteuerbetrag und nimmst immer den Bruttobetrag als Kleinunternehmer. Philipp Wale schreibt, gibt es eine Chance, gibt es eine Grenze, ob man, ob, wann man die Gewerbesteuererklärung einreichen muss oder muss ich die als Kleinunternehmer immer einreichen? Immer ist immer ganz schwierig, weil Steuergesetz fängt, baut auf, auf, es kommt darauf an, es kommt auf dein Dings und so weiter an. Ganz ehrlich, wenn du ein Buchhaltung, wenn du ein Steuerprogramm hast, wo das alles mit drin ist, würde ich dir immer sagen, schick sie ab. Ich kann dir aber jetzt schon sagen, du musst keine Gewerbesteuer zahlen. Also, schick sie einfach ab. Das schadet nicht. Ist in der Regel, wenn du in der Software, also ich mache zum Beispiel, ich selber mache eine Steuererklärung mit, wieso Steuer, das ist ein Klick mehr, das ist Gewerbesteuer auch abgeschickt. Du wirst aber keine Gewerbesteuer zahlen müssen. Warum? Weil die Kleinunternehmerregelung ja nur möglich ist bis 22.000 Euro Umsatz im Jahr und bei der Gewerbesteuer gibt es einen Freibetrag von 24.500 Euro Gewinn im Jahr und es ist nahezu unmöglich mit 22.000 Euro Umsatz, unter dem du ja liegst als Kleinunternehmer, mehr als 24.500 Euro Gewinn zu machen. Von daher gibt die Erklärung ab, zahlen musst du eh nicht. Wie verhält es sich bei der Gebäudereinigung und Umsatzsteuer? Uff, das hat erstmal relativ wenig mit der Kleinunternehmerregelung zu tun. Wichtig ist da das Reverse Chart Trappern. All das, was ich erzählt habe über EU-Ausland. Du kannst auch einfach bei uns auf dem YouTube-Kanal mal gucken, Reverse Charge Verfahren. Genau das gilt auch für Gebäudereinigung, also für Subunternehmen in der Gebäudereinigung. Das ist das Besondere, was man bei Reinigung und Umsatzsteuer wissen sollte. Das gilt aber nur, wenn ein Reinigungsunternehmen für ein Reinigungsunternehmen arbeitet, also quasi so Dienstleister. Marc schreibt, fragt, gibt es Besonderheiten für Kleinunternehmer beim Dropshipping innerhalb Deutschlands, was die Mehrwertsteuer angeht? Dropshipper plus Lieferant und Kunde. Dropshipping, E-Commerce, also Dropshipping ist mit das Komplizierteste, was du machen kannst in der Umsatzsteuer. Ich habe aber tatsächlich als Kleinunternehmer im E-Commerce, habe ich tatsächlich auch schon mal ein Video aufgenommen auf diesem Kanal. Also sucht, sorry, ich fange jetzt immer an, euch auf andere Videos zu verweisen. Das ist aber einfach der Fall. Ich habe für E-Commerce-Händler als Kleinunternehmer habe ich schon mal ein Video aufgenommen. Da gibt es ein paar Stolperfallen und Dinge, die man beachten sollte. Das solltest du dir unbedingt einmal anschauen. Wenn du dann danach noch Fragen hast, dann schreib gerne da einen Kommentar rein und dann versuche ich dir da gerne weiter zu helfen. Nesam fragt, Hey Melchior, Kleinunternehmer mit Umsatzsteuer-ID, Finanzamt verlangt monatlich eine Umsatzsteuervoranmeldung. Muss ich dem nachgehen? Grundsätzlich, wenn das Finanzamt was will, dann solltest du es machen. Ja, es kann sein, ich habe vorhin gesagt, wenn du als Kleinunternehmer, teilweise machen musst, ich habe es wahrscheinlich gesagt, weil es sehr davon abhängig ist, wie viele Umsätze du da drüber machst. Aber ja, wenn das Finanzamt das will, dann solltest du das tun. Also das Finanzamt wird das nicht aus dem Nichts verlangen. Klar kannst du, wenn du jetzt unser Mandant bist, schreib uns gerne nochmal, dann können wir gucken, ob man dagegen vorgehen kann. Aber in der Regel fordert das Finanzamt das nicht einfach nur blind, sondern die haben schon Anlass, warum sie das fordern. So, Kreativschneiderei. Ich bin unerwartet über die Grenze gekommen und muss nun in die Regelbesteuerung. Herzlichen Glückwunsch. Also es gibt Schlimmeres, als finanziell erfolgreicher zu sein, als man erwartet hat. Habe jetzt Angst, dass viele durch die Umsatzsteuer abspringen, da die Preise höher werden. Ja, das ist der Nachteil von der Kleinunternehmerregelung. Ja, ist leider doof. Deswegen, ja, Glückwunsch, aber ja, du hast recht, das ist tatsächlich Nachteil. kann man aber auch, kann ich nicht, also kann man auch nicht abmildern oder so. Stefan fragt, woher weiß ich, ob ich monatlich oder quartalsweise meine Umsatzsteuerformmeldung machen muss? Das hängt davon ab, wie viel Umsatz du im vergangenen Jahr tatsächlich insgesamt gezahlt hast. Also das gesamte Jahr. Du als Kleinunternehmer hast ja erstmal gar nichts bezahlt. Gründer übrigens auch nicht. Die haben auch kein Vorjahr, deswegen haben da auch nichts gezahlt. Dann gerichtet sich das in den nächsten Jahren aber immer mal, also da gilt dann grundsätzlich das Quartal. Grundsätzlich gilt das aber, wie viel Umsatzsteuer gezahlt werden muss. Also wenn du unter 1.000 Euro Umsatzsteuer in einem ganzen Jahr gezahlt hast, beispielsweise letztes Jahr unter 1.000 Euro, dann hast du gar kein Umsatzsteuervoranmeldezeitraum, sondern dann machst du einmal im Jahr nur die Umsatzsteuerjahreserklärung. Wie gesagt, Gründer und Kleinunternehmer läuft ein bisschen anders. Wenn du zwischen 1.000 und 7.500 im Vorjahr insgesamt an Umsatzsteuer gezahlt hast, musst du das quartalsweise machen und wenn du im gesamten letzten Jahr über 7.500 Euro Umsatzsteuer gezahlt hast, dann musst du das monatlich machen. Dazu gibt es übrigens auch einige Videos auf diesem Kanal. Hey, ich bin nebenberuflich selbstständig. Gewerbe gestartet im September 2022. Wann muss ich mir Platte machen um Steuererklärung, Bro? Bro habe ich vorhin beantwortet. Bis zum 10. Oktober musst du deine Steuererklärungen abgeben. Also 10. Oktober dieses Jahr für letztes Jahr. Toasty, schreibt. Wann kann, muss man denn die Gewerbesteuererklärung abgeben? Habe gesehen, dass die in Elster noch nicht vorhanden ist. Ha! Sehr gut entdeckt. Du outest dich als ein übertriebener Streber, wovor ich tiefsten Respekt habe, also gar nicht herabwürdigen, sondern ich habe großen Respekt davor. Tatsächlich viele gewerblichen Formulare, die sind noch gar nicht vorhanden. Genau, es gibt noch gar keine, also ich nehme alles zurück, vielleicht war es doch fleißig, vielleicht hast du dieses Jahr schon nachgeguckt. Die Gewerbesteuererklärung geht nicht ans Finanzamt, die geht an deine Gemeinde. Die geht leider nicht online. Die geht oder nur in Teilen und so. Gewerbesteuer ist immer super tricky, weil die halt nicht ans Finanzamt geht und Elster Online ist halt das Online-Portal für die Finanzämter. aber, und deswegen habe ich gesagt Streber, weil es viele betrieblichen Formulare, die es grundsätzlich gibt, gibt es jetzt noch nicht für letztes Jahr. Du kannst als 100% Angestellter kannst du jetzt schon deine Steuererklärung für letztes Jahr machen als Selbstständiger, meistens erst so ab März, April, weil diese Formulare dann erst zur Verfügung gestellt werden. Das ist übrigens auch, wenn ihr unsere Mandanten seid, wir machen ja natürlich auch eure Steuererklärung für letztes Jahr, wir können damit aber nicht vor März, April anfangen, weil wir vorher diese Daten einfach gar nicht übermitteln können ans Finanzamt. Das heißt, schau im April nochmal vorbei. Kann ich eine GmbH mit Umsatzsteuer in diesem Jahr mitgründen und mein Einzelunternehmen weiterhin als Kleinunternehmen laufen lassen? Ja, bei GmbH ist es sehr, sehr simpel. Du kannst theoretisch, was ich vorhin erzählt habe, du teilst dein Unternehmen auf und bist einfach fünfmal parallel Kleinunternehmer. Das geht nicht, außer du gründest für jedes Unternehmen eine GmbH. Tu es bitte nicht. Das ist so viel Verwaltungsaufwand und du zahlst so viel an sonstigen Kosten für Öffentlichungen, für deinen Jahresabschluss oder Hinterlegung und Steuerberatungskosten und so weiter. Gibt überhaupt gar keinen Sinn. Aber wenn du es einmalig machst, kannst du deine ganz normale GmbH haben und dein Einzelunternehmen kann Kleinunternehmer sein. Überhaupt gar kein Problem. So, und eine letzte Frage von Dave the Brave. Wenn ich einen Hauptjob habe und ein Kleinunternehmen anmelde, muss ich was zusätzlich an die Krankenkasse zahlen? In der Regel nicht. Die Krankenkasse guckt weniger auf den Umsatz, sondern mehr auf die Anzahl der Stunden, die du arbeitest. Das heißt, wenn du einen Hauptjob hast, der wirklich dein Hauptjob ist und du meldest deine Selbstständigkeit als nebenberufliche Selbstständigkeit an und bist dann auch nur so nebenberuflich im Rahmen des Kleinunternehmens tätig, musst du in der Regel da nichts bezahlen. Schwieriger wird das, wenn du dann irgendwann mehr verdienst oder wenn du das als hauptberufliche Selbstständigkeit anmeldest und so weiter, dann musst du dich mit dem Thema Krankenkasse nochmal beschäftigen. Aber das ist tatsächlich auch für nebenberufliche Gründer hervorragend, weil sie durch den Hauptjob krankenversichert sind. Wir waren in der Spitze, glaube ich, mehr als doppelt so viele Leute. Wir haben schon die Hälfte der Leute vergrault. Ich bedanke mich bei euch fast 100 Leuten, dass wir es geschafft haben, die andere Hälfte zu vergraulen durch unglaublich langweilige Kleinunternehmerfragen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn nicht, wir haben tatsächlich, ich sage es noch ein einziges letztes Mal, wir haben auf diesem Kanal eine ganze Videoreihe über Kleinunternehmer aufgenommen. Natürlich beantworte ich da nicht jede Frage, aber schaut da gerne mal vorbei. Auch eine ganze Playlist, guckt euch die gerne an, schreibt da gerne in den Kommentaren auch nochmal speziell eure Fragen, dann kann ich da auch nochmal antworten. Aber ich werde auch nochmal alle Fragen durchgehen und dazu nochmal ein Q&A-Video machen. Ich hoffe trotzdem, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Okay, wunderbar. Ich denke, wir sind am Ende. Ich wünsche euch einen grandiosen Abend. Bleibt gesund. Irgendwie sind in meinem Umfeld gerade alle krank. Deswegen bleibt unbedingt gesund und damit verabschiede ich mich jetzt, aber auch tatsächlich. Sprechen kann ich schon nicht mehr. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.